Den Charakter auch eigentlich mal haben. Reicht. Der wird so weinen, wenn du den Charakter ziehst, ne? Er macht Auge, muss aufpassen. Ich bin ja irgendwo bei 40, 55 Pools oder so. Keine Ahnung. Aber der hat trotzdem noch einen Waffenwanderer. Ich bin auch noch 7 oder so. Die haben das zwar noch nicht gefixt, dass mit dem Anmelden, dass die Anmeldung drin bleibt. Ich glaube, das ist sogar gar kein Bug, ne? Ist das kein Bug? Ne, das ist so anständig wirklich ein Abmeldungsknopf sein. Die haben nur gesagt, dass sie den wahrscheinlich überarbeiten wollen und sichtlicher Kennzeichen wollen. Ich finde das aber wirklich dumm, dass das ein Abmeldungsbutton ist. Warum solltest du den in-game haben? Also ich dachte, die das machen, dass du das in diesem Menü da hast, ne? Dass du dadurch in dieses Menü kommst, ne? Wo du bei den Bergen bist und du von dort auskommst. Ja. Wunderbar, ist das wirklich? Sanjaya, bitte! So, was? Wunderbar. Anmeldungsknopf? Wunderbar. Ich habe leider nicht gezogen. Leider leider. Aber die Battle Passwaffe macht es auch, Digga. Wenn du die noch nicht ausgewählt hast. Hast du die schon ausgewählt? Die vom Battle Passwaffe, die habe ich schon ausgewählt. Die hatte ich Dings gegeben. Kalscharo? Ah, habe ich auch gemacht. So, machen wir mal hier den Stream an. Aber hast du mein Bild gesehen, wie ich die geschickt habe? Ich habe perfekt gescreenshottet, ne? Ja. Ich sehe doch, wie du mitten, während ich die Bilder schickst, online kommst und dir das anguckst. Ich bin da gerade aufgestanden. Habe ich dich geweckt, oder was? Nee, ich habe mich fertig gemacht für die Arbeit. Ah, okay. So. Wo Jayce mir die Bilder geschickt hat, war ich im tiefsten Tiefschlaf. Ich bin erst 5 oder 6 Stunden später wach geworden. Boah, ich gucke auf mein Handy, diese 17 Nachrichten, Whatsapp, ich denke, Bro, was habe ich verpasst? Ich musste eins löschen, weil ich das richtig verkracht habe, weil ich die eins einfach doppelt geschickt habe. Und dann... Also wenn du mir für noch 3400 XP, dann bin ich Level 40, ne? Boah. Boah, diese 55 Pools würde ich auch gerne haben. Boah, warte, du kannst kurz warten, ich muss ganz kurz aufs Klo, sonst piss ich mir in die Hose. Warte. Aber die haben eine Schwäche für rothaarige Charakter. Ich schwöre wirklich sogar. Aber bei der kann ich das verstehen. Ja. Ja, ich hoffe, es sieht cool aus. Ich hoffe, es sieht cool aus. Ja. Boah, mal schauen, ob ich überhaupt was ziehe. Oh, ich bin ready. Aber keinem ins Denken, er ist ja auch 50-50, er hat keinen garantiert, ne? Joa, also dann schon. Ja, da hattest du Glück. Das heißt, ich muss garantiert. Ja, da hattest du Glück. Das heißt, ich muss garantiert. Ja. Oh, du bist sehr low. Ja. Ja. 20. Ah ja, stimmt. Da kannst du auch nochmal einen 10-Appool rausholen dann. Weil, jetzt bist du beim 60, ne? Genau. Aber ich geh jetzt für jetzt mal noch. Äh, stimmt. Und unten unten unten. Und unten unten unten. Da ist noch ein Gratis-Pool drinnen. Und ein Gratis-Pool. Wo ist Gratis-Pool in Postfach? Ja. Ja. Gratis-Pool in Postfach. Oh. Wegen irgendwas, was schon wenigstens betroffen war. Deswegen, ich nehm immer alles mit. Habt gerne Bugs, außer ich. Äh, Cashback. Bäh, zwei. Kriegst du noch, äh, hast du noch... Ah, du hast noch... Doch, es geht für einen 10er. Es geht noch eins. Banner, falscher Banner. Banner, falscher Banner. Was? Ähm, ja. Falscher Banner. Hast du auf Diyan-Banner gepoolt? Das wär's. Warte, hast du gerade auf den Diyan-Banner gepoolt? Nee, nee. Nee, nee. Hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Okay. Okay, gut. Nicht, dass du auf den Diyan-Banner pullst, aber ich kriegst du einen Diyan-Banner. Wo? Nee. Es wird einfach wirklich der letzte sein. Definitiv. Bist du beim 70er, Pitti, ne? Ja. Neun Pools. Äh, 10 Pools. Aber einen kannst du machen, dann sind es neu. Ja, kommt ja noch den letzten. Dann. Ja. Aber erwähnt sich gerade da, da kannst du noch cooles rausholen. Ja. Ähm. Wird wieder zurück? Vielleicht hast du Glück gehabt? Ähm. Mal schauen. Oh, einer geht noch. Gönnen wir uns. Die anderen Sachen, die frühestens hatten sich erst Ende des Monats. Ja. Hast du schon die X gesehen? War auch Zugriff. Wie? Ich habe einen Leaks-Channel schnell eingerichtet, der ist nicht fertig, aber der ist schon da. Da kannst du schon die neue Maps sehen, ne? Oha, sind die schon soweit? Ja, ja. Die Map ist schon fertig komplett. Das wird die Dracheninsel sein, die man schon gesehen hat, ne? Diesen Drachen, den man von Weitem sieht. Ah, okay. Das wird eine Insel sein. Komm, versuchen wir mal die fünf Pools. Ach, stimmt. Welchen Kippie hast du? Wahrscheinlich sehr low, ne? Ja. Rote Haare gegen rote Haare. Rote Haare, blaue Haare. Er sei viel. Als hätte ich mich ja als Geisel genommen, ich wüsste, die alte. Boah, ich mache mich fertig. Bebo ums Team. Aber nicht spoilern, Bebo hat auch nicht die Story gespielt. Ja, alles gut. Oh, du bist fast fertig sogar, ne? Guck mal, wie Chicks ja dann einfach in den Man-Character verliebt ist, Digga. Kann man wer, was nur will, Digga. Lieb den Man-Character. Okay, nix. Cashback? Hast du da was? Mal schauen. Hast du was Liedernis gezogen? Ne, ich hatte nix. Ne, okay. Oh, nix. Kauf dir diese XP-Teile mit diesen anderen Korallenteilen. Die sind ungewichtig, meiner Meinung nach. Ich komme kaum noch voran. Deswegen würde ich die empfehlen zu holen. Alle am besten. Als erstes würde ich die Echo nehmen, weil die sind am schwierigsten zu bekommen. Ich habe mir da auch bis jetzt alles geholt, was ging. Danach, ich würde die Charakter XP empfehlen. Mit Waffen kannst du ja deine Waffen reinballern, weißt du? Ja. Das heißt, ein bisschen dumm würde ich das Charakter XP nehmen sollen. Haltest du schon. So. Egal, wirst du noch voll bekommen. Mein Mordify hat sich gut aufgebaut. Der hat Crit Rate von 35%. Welche Konstellation hast du denn? Äh, Constellation R1. Oh, okay. Kannst du eigentlich auch haben. Warte, jetzt muss ich nochmal kurz bitte. Kannst du schon mal drauf machen. Aber ich bekam, ähm, den Dings hier auf Crit Rate. Hat auch gern. Ich habe nochmal ein gutes Artefakt für YinLim bekommt. Also ein sehr, sehr gutes Artefakt. Die Schicht wird einmal gewarnt. Oha. Ich brauche, ich tue noch eine Waffe für sie. Ich habe nämlich noch keine Waffe für sie. Ihre Talente sind maxed. Ich habe alles schon gemaxed. Talente, Level, alles gemaxed. Außer Echoes und Ja, das ist so ähnlich wie bei meinen. Ich sehe gerade nur... Bei mir ist gleich, bei mir ist gleich. Ich habe auch den Donutton Memphis auf Crit Shutting. Nebenbei gesagt, der Donutton Memphis muss einen Spot nach unten. Der ist nicht der Main. Also der ist nicht für den Main ausgelegt. Achso, welchen Donutton? Der Main ist der Cloutist. Das ist ein Dreier. Das ist ein Dreier. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum, aber es wird so empfohlen. Stimmt, ich muss die Constellation jetzt hier noch reinballern. Das ist ein Dreier. Und das ist ein Dreie. So. Dann fangen wir mal zuerst mal mit der typischen täglichen an und dann gehen wir in die... Boah, was? Ich check diese alte nicht, Jason. Guck da bitte im Stream, was da steht, Digga. Ich weiß. Ich check das nicht vorher. Entscheide dich doch! Ja. Das hab ich mir auch gedacht. Ich fand das aber cool, der Plot ist so crazy, ne? Ich war wirklich so geil. Du hast alle fünf Minuten scheiß Plot-Däger in der Quest. Also ich kann dir sagen, Beverly, die Story-Quest ist gut von hier in Linz. Bin gespannt. Ohne zu spoilern natürlich. Ich geh mal Kisten sammeln. Ich werd jetzt Spaß dabei haben. Ich hab jetzt drei Gebiete auf 100, ne? Oha. Das eine Gebiet war so easy, dieses Endgebiet, das ist... Das hab ich heute, äh... Das behalte ich mir zum Schluss. Das ist fast gar nichts, ne? Geht so schnell. Boah, easy. Ja, hab ich grade gesagt. Und... Du bist ja auch schon so jüngst. Ich hab auch noch niemanden gesehen, da hab ich einfach Mortify gelandet. Das ist nicht so gut, oder? Mortify ist übel. Er ist richtig gut. Das kriegst du ein der besten. Ja? Ja. Ja. Ich will meine Familie zurück. Ja. Obepo diesen Sturm Memphis, den du da gerade ganz oben hattest, den kannst du bei der Neuen als Echo benutzen. Ah ok ok. Also der Charakter passt definitiv, aber halt die Stats, die überall drauf passen. Sollte er eigentlich wissen, ich habe ihm noch gerade ein Bild geschickt, wo er ganz steht. Ja. Außerdem ist es nicht der Sturm, sondern der Donner Memphis. Nein. Der Donner Sturm, der nehmen einfach nicht aus dem anderen damit. Und da habe ich ihn ja gerade ein Bild geschickt und gesagt, dass du für jeden bin. Ja, wo er sich wissen, was du mir geschickt hast. Was habe ich sogar gesagt? Boah, ich habe mich darauf gehört. Ich bin ein Erbschaft, damit zu lesen. Ich dachte, du hörst zu. Nein. Aber Bebe, guck dir mal das Zerm, was ich dir geschickt habe. Da hast du nur eine Scheißsache drauf. Aber das ist mir so aus dem Schnuppe. Mal schauen. Ja, das Bild habe ich gesehen, die hat nur die Verteidigung drauf. Ja. Aber sonst ist alles gut. Ich weiß nicht. Hat die schlechte Sache noch eine schlechte Sache auf meinem sogenannten Memphis? Ich nehme mich gerade wie James Bond. Ja, ich habe auch Verteidigung. Ich glaube schon. Fast den perfekten. Aber leider nur ein Diener. Geht auch fürs Erste. Ja, fast sowieso. Ich habe gesehen, es gibt ja trotzdem eine Toleranz nochmal unter den Werten. Weil du hast deins ja auch auf 25 und du hast Quid Trade. Und deins geht bis 6,3. Und meine Quid Trade, die ich habe auf meinem, geht auf 6,9. Okay. Also gibt es da Unterschiede, ja? Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Auch beim Quid Damage ist das so. Das sind eigentlich nur die ersten zwei Standards, ähm, Sachen, die sind immer gelöscht. Ja. Das ist gut. Das wäre gut. Was ist das? ja was muss ich machen äh braun wo muss ich hin ich habe immer ganz simpel du musst dich nur auf so eine druckplatte rausgehen aber du musst auf die erste gehen und dann geht das diese dinge aus diese laser teile geht zum charakter zu deinem charakter nicht die weiter weiter danach machst du das gleiche nochmal ist relativ simpel wenn man es sieht ah ne danke panda für den lök man du streamst oder was ne es gibt eigentlich immer man noch nie gewusst einfach fahrzeug ist raus mhm hallo bravo krass dass du mal auf den chat geachtet hast ich hab schon reagiert ja ja manche leute warten fünf minuten auf ihre antwort immer bei dragonboy ja man ja ja Danke. krass krass kann doch raus holen muss auch jemand mit der Kamera machen ja du musst da alles fotografieren das sind Beweise Bruder Beweise ja diese Hunde ich meine diese Wölfe die machen so komische Geräusche Digga ja 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. vorher kommt vergesst man essen fertig ist eigentlich wie ist du essen ich habe hier meine tricke hast du jack daniel cola in dose ja also eine schöne penner granate so ich bin kurz erst ein bisschen ich habe ich mir gerade das ein bisschen das ist das ist das ist das ist Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, ich will sie definitiv haben. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht, ob du Bock hast, aber ich mach gerade... Das war's für heute. 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 Ich weiß nicht. Dann... I-Cock-Törer. Nee, I... I don't know. I-Headset. Ich weiß nicht. Das war's für heute. Also, es gibt kein I-Headset. Das war's für heute. Was soll das? Was soll das? Nee, das ist immer das selber. Du bist sehr처럼, aber... Ja! Huch! Atais no出番 no yoda ne! Hora, hora! Huch! 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 Wir haben halt auch so einen Garten! Und da sind Erdbeeren! Und dann haben wir diese selber eingebauten Erdbeeren! Das sind viel besser, als die gekauft sind! Aber die kann ich nur empfehlen, braucht euch alle erstes an. Wo musst du anbauen, wenn man klauen kann? Spaß, Spaß! Und wo willst du die klauen, wenn ich fragen darf? Rebergarten. Ich kann die einfach aus meinem eigenen Garten selbst klauen. Ich brauche schon jemanden, der meinen Hut rausgeklauen möchte. Chandal, wer würde sowas machen? Ein Level 2? Nein, und dann würden sie nicht rausklauen. Ich weiß nur, was in Level 2 ist. Den Namen kenne ich aber keine Ahnung. Endlich ein Charakter. Ein super Charakter. Ist das das Wanderer was? Ja. Und weißt du was? Nein, du wolltest doch nicht wissen. Du weißt es eh schon, aber wo er krank ist. Ich meinte eigentlich, dass Shadow seine Telefraudpunkt etwas mehr aktiviert hat. Aber trotzdem immer noch so viel Pein ist. Ich weiß nicht. Warum hab ich das, hab ich noch so viel lacht. Ich glaube, ich mache mal die... kann man sich halt zu sehen. Nein, ich bin auf der Karte. Ja, bin ich. Boah, er ist einfach ein Ushia, Digga. Weil er gute Augen hat. Oh, er macht den lang so, Digga. Kann ich mir vorstellen. Ja. Manso hat aus Ushia-Klamm Puppen gemacht, würde ich behaupten. Nee, der hat nur Augen gesammelt. Egal. Mit dem konntest du kein Gespräch unter vier Augen führen. Nee, hör auf damit. Der ist aber gut. Mit dem konntest du kein Gespräch unter vier Augen führen. Oh. Und ihn eins ohne Herz. Ah, tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Das ist irgendwie traurig. Sie war halt herzlos. Okay, ich habe keine Herausforderung. Okay, ich habe keine Herausforderung. Doch, versuch, doch, versuch. Wie macht als erstes, Digga? Ja. Ey, nee. Jetzt geht's los, Digga. Ist das noch lange, oder ist irgendwann mal... ...dass die Quest sein noch? Bist am Ende? Das ist so der letzte Akt. Ich habe, dass du immer noch nicht die neuen Quests gemacht hast. Weder ein Genschen noch spielst. Fast alle Quests. Außer noch ein, zwei Zeitquests. In der Film. Ich spiele die ganze Zeit gefühlt nur Ko-Op. Ja. Papa. Dann spiel er dich. Aber nicht Ko-Op spielen. Wichtig? Das bist du wichtig. Wichtig? Oh, Dago spielt auch die Story-Kassie gerade. Yo. Oh, Dago spielt auch die Story-Kassie gerade. Und was macht er euch noch nicht? Oh, Dago spielt auch die Story-Kassie gerade. Und was machen wir... A-Much? Geht denn jetzt, Junge? Der Main-Charakter ist krank in dem Spiel, ne? Der Genji-Main-Charakter übel der Lappen. Zumindest in Verglichen mit unseren, den man hier hat. Aber ich finde die Antworten, die man geben kann, so geil. Ja. Hier kommen auch noch die Antworten in der Quest. Wir kommen auch noch zu den Antworten in der Quest. Da gibt es eine gegnerische Gilde, dann schickt man in der Hand. Ohne zu spoilern. Und die Fragen, die du beitreten willst, einfach du kannst antworten, nein, oder wirst du anmeldet, oder? Kai hat natürlich, wollte ich mich da anmelden, ne? Wollte ein Rowdy werden. Einfach umzucken, was passiert, weil du nein gesagt hast. Aber am Ende kam es doch gleich hinaus. Aber es gab eine andere Antwort. Boah, wer bist du, Digga? Männer, wenn du dich überraszt, dann schickst du dich. Was du, Digga? Was du dich auf den Das ist das Problem. Ich habe die Rekorde teleportiert. Ich habe alle freigeschaltet. Ich habe die Rekorde teleportiert. So, das war auch das erste, was ich gemacht habe. Hauptsache die Teleporter alle. Der Rest ist egal. Ich hatte nur so ein paar noch nicht als erstes. Aber mittlerweile habe ich auch alle. Weil die Quests konnte ich am Alfonjahr wohl kaum machen. Ich habe die Rekorde. Ich habe die Rekorde. Ich habe die Rekorde. Ich habe die Rekorde. Die Rekorde. Ich habe die Rekorde. Wir müssen uns alle in die Rekorde. Was war denn das? Ich hörste, ich check das nicht. Die kommt rein. Meine Tür geht zu. Eine Minute, die wir wieder raus. Boah, da kommt man nicht rein, die wir wieder raus müssen. Katzen sind die schlausten Wesen auf der Welt. Mit mir gefühlt. Das ist ein bisschen. Ich weiß nicht, dass ich das nicht weiß. Ich bin keinem Recht auf der Auge. Das ist erinnert mich wieder an, dass ich Gespräch mit diesen Orkawallen, was ich mit Bevo geführt habe. Ja, nicht die Orkawallen. Die Robben einfach von den Eischhörn und so einfach runterschmeißen und die einfach so größere Wellen erzeugen, die diese Robben einfach nicht machen können. Ja. Ja. Es geht immer wieder, Digger. Wenn ihr das seht, Digger, wenn ihr das seht, Digger, wenn ihr das seht, Digger, Jungs. Achso, ich kenne das schon. Boah, deine Freude ist, deine Freude ist zu früh, Digger. Vier Kisten, fünf Kisten, sechs Kisten. Du denkst auch, Digger, du denkst auch. Warum, warum, was passiert am Ende? Wenn ich die nämlich hops, Digger. Bei diesen ganzen Kisten kannst du nur eine aufmachen. For real? Geh rechts. Laber doch, Digger. Doch, for real? Aber das Digger habe ich auch später komplett vergessen, Digger. Wir haben fast gelabert haben, Digger. Wenn wir nicht so, wenn wir es nicht machen, dann sind wir immer noch so. So, ne? Miete, te. Alter, kannst du dich Kampen veröffnen? Ich versuche, geh mal, nein, 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 kannst du dich öffnen. Äh, geh mal, bleib mal stehen. Nein, kannst du nicht, lass doch das mal ausreden. So, bleib mal mit deiner Kamera stehen. Jetzt geh rechts, guck rechts. Da, wo der Steg anfängt. Da gehst du jetzt hin. Links vom Steg, also nicht auf den Steg drauf, links, die Kisten, links. Gehst du rüber, entweder kannst du nur diese Kiste oder die rechte Kiste. Das ist ein zu den beiden. Den ganz kleinen oder was? Ja, ja, die anderen kannst du alle nicht aufmachen. Und die, welche rechte? Meinst du dir oder was? Nein, die unten, die unten sind. Die unten sind. Wieder? Nein, die... Genau, die kleine oder die blaue. Ein zu den beiden. Kannst du genau so nur aufmachen. So, probier mal die kleine da aufzumachen. Weil ich rechts in mir. Ja, du musstest nur den Nacken geben. Jetzt mach die Bitches auch, guck. Oh. So, das hat nicht der Hauptpreis drin gewesen. Deswegen meinte ich ja, dass du diese eine Kiste da öffnen wolltest, wie ich meinte auch. Jetzt kannst du es sicher machen. Erst in drei Tagen, glaube ich, wieder. Du hast es jetzt schon einmal gemacht. Kannst du es nicht glauben. Oder? Brauch? Jetzt geht es für der... Ne, mach mal die blaue, mach die blaue. Ich glaube, die blaue war das Hauptgrin, oder? Na ja, der hat auch die Chester gemarkiert, die kleine, ja. Na ja. Ah ja, okay. Wie kann ich jetzt die andere noch aufhören? Die kann man gar nicht aufmachen. Ich würde gerne mit dir sprechen, hallo. Okay. Die kann man feest aufhören? Wie kann man feest aufhören? Wie soll ich denn mit euch reden? Fickt euch doch! Was muss ich machen? Ich probiere mal was. Okay, wir werden beide Kappen auf das Schlafen. Okay, das war dann. Ja, Shadow ist irgendwie so AFK-mäßig gerade. Also bei ihm ist dieses rote Zeichen mit Internetproblemen. Jetzt verstehe ich, wieso er keine T-Porte nimmt, weil durch seinen Ping glaubt er, er wird sich über die Map tippen. Schlau? Schlau? Pfeiffer? Ich hab auch nicht, ob ich das in den Ding haben kann. Dann mach ich das ganz einfach und gut. Blocken wir mal raus. Da redet den Sack. Ich probier's dann so. Wenn das gar nicht geht, dann hab ich keine Ahnung, warum das nicht geht. Die ging vor ein paar Tagen auch schon, ne? Ich glaube, dass sie auch gemacht hat. Oh, da konnte ich, ich glaub ich konnte sogar mit der reden, sondern ich war ganz sicher. Oh, jetzt muss ich mal raus, da werde ich Blumen. Oh, jetzt muss ich mal raus, da werde ich Blumen. Oh, du weißt, wie du mich finden kannst. Oh, du weißt, wie du mich finden kannst. Weißt du wie? Du weißt, wie ich den finden kann? Du weißt, wie ich den finden kann? Oh, ich werde ja auch wenig finden, solltige. Zum Beispiel beim letzten Mal. Jindlin. Oh, ich bin so. Du weißt, wie du die Leute, 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 die Leute zu mir verabreden. Ja, das ist relativ simpel, es steht sogar Big Darn. Ja, jetzt für das war. Na, mach doch! Was soll ich machen? Mal sehen wir beim letzten Mal. Ich hab auch nicht diese Marke. Wie hast du letztens die festgemacht? Wie habt ihr diese geheimen Höhle gefunden? Boah, ich bin grad absolut verwirrt, Digga Oder so, du musst dir bei dir die Höhle überfolgen Ah, ja Ende ist sie doch Was braucht Eitor nochmal für Blumen? Winterglocke war das doch, oder nicht? Das sind die, die bei der Turtle sind, beim Big Turtle Ah, ja, ich hab immer noch was So, jetzt kann ich, jetzt wird's gut Was braucht Sanua? Ja, wer? Sanua? Ja Ja Das gleiche, oder nicht? Braucht sie nicht? Nein, sie braucht das gleiche Ja Ja Danke Ja 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 Der Mann, der alle Menschen, die mit den Schauspielern zu holen... ... aber wenn die Schauspieler zu den Schauspielern... ... dann könnte er jemanden auszudenken... ... aber... ...Ansi, was ihr so viele Menschen... ... warum ist das Verlust von der Verlust-Modell-König-Kon-Konig-Konig-Konig-Konig-Konig-Konig-Konig-Konig... Ich sage nur mal so, hier in Diener, In diesem Spiel kann man wesentlich länger in der Welt bleiben als mit Gänstchen. Jace, meinst du diese Szene? Ja. Gänstchen, schau mal! Die Menschen werden sich in der Welt verletzen. Jawohl. Was unter deinen Schädel vor sich geht einfach. Du bist nicht nur ein, oder? Diese Frau, wie ist das? Das ist das, was du? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Du brauchst meine Hilfe gerne. Nein, nein, sie hat doch gerade gesagt. Äh, dass ich mich um mich selbst kümmern kann und versorgen kann, aber wenn du Hilfe traust, lass es mich wissen, lass es mich wissen, hat sie gesagt. Naja? Naja? Ja? Das hab ich doch gesagt. Naja, ich weiß, ich weiß. Aber wenn sie Hilfe braucht, kann ich mir gehen. Mach ich mal an. Einfach zu helfen, Papa. Naja, ich weiß, ich weiß. Aber wenn sie Hilfe braucht, kann ich mir gehen. Mach ich mal an. Ah, Scheiße. Das ist gelockt hinter dem scheiß NPC, die ich wahrscheinlich nicht reden soll. Soll ich die Welt verlassen? Naja, das ist gut. Dann mach ich was anderes. Ja, du kommst gerade wieder in dem Moment, wo ich seine Welt verlassen habe. Ja. Das Verkleide noch auch ein bisschen aufladen, dass er dann hier rein kann. Kannst du ihn jetzt klein, weil ich es getan habe? Ja. Das ist Melisiad. Also der Main-Charakter ist ja ein richtiger Hasbando. Der macht sich ja hier... Der nimmt sich hier jede Frau. Ja. Komm noch besser, komm noch besser. Warte, warte. Warte, warte. Wir müssen uns als Anweserinnen und 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 Anweserinnen. Also der Blick sagt, alles fehlt. Perfekt wieder. Ich sage zu ihr eigenes. Ich sage zu ihr Patient Das ist auch nicht schwer. Wie, das ist nicht schwer. Harem Waves, könnte man das schwer auch nennen. Hat auch nur Fronten natürlich, ne? I'm no Fronting. I'm that person. Denk ich. Shadow ist ganz ein Zentimeter größer als ich. Ihr seid ja noch nicht mal ausgewachsen, dir. Sie ist ja noch nicht mal volljährig. Stimmt, ich glaube. Das stimmt. Aber ich bezweifle irgendwie trotzdem, dass ich noch allzu viel wachsen werde. Aber ich glaube, ab 16 wächst man die 5 nicht mehr. Doch, eigentlich, fast noch bis 21. Wollte ich gerade sagen bis 21. Aber ich glaube auch nicht, dass ich noch größer werde. 21. Ich hoffe nicht, dass ich noch größer werde. 21 reichen mir. Eigentlich. Wie? Wie kann man so groß sein? Ich weiß nicht. Ich bin es einfach. Er hat genug Fruchtzwecke gegessen. Ja. Immer, immer Milch getrunken, immer aufgegessen. Das war die gleiche Antwort. Die mir schon mal gegeben wurde. Ja, was soll man sagen? Kann auch nur ein Trail sein, aber ich checke es nicht. Wo ist die Scheiße? Ah, ich bin jetzt level 38. Let's go. Ah? Die wollen mich doch auseinander nehmen. Oder sie nicht weg. Okay. 10, 10, 10, 10, 10, 20, 25, 30, 35, 40. Bei 42 Pools bin ich jetzt. Bei der Hälfte, Digga. Ey. Ich will nur Jindy haben. Jindy? Geben nur Jindy. Komm, meine Stoff. Ja. Nein, alle 10 Level. Das würdest du nicht beim Mitwinder sein können? Zumindest sieben. Zumindest sieben. Zumindest davor. Ach so, ja, stimmt. Ist das? Ich hoffe, diese Geschenke-Shop-Block-Reciate. Ich würde wieder Ziemeln kaufen. Ist das einfach alles ne Scheiß-Quest? 515 Hals. M-Piße. Siehst du mal wieder keine Quest. Das ist ein Zusammenhang mit mir so anstrengend, Alter. Hier muss ich mit allem mit dem Scheiß-M-Piße reden. Und dann hat sich das erstmal erledigt. Ich kann auch rauskennen. Naja, alles gut. Ich... Ich kann einfach anderes Gebiet. Let's go zu diesem Affengebiet. Wie ist das? Aber eine Frage habe ich noch. Wenn du sagst, ich bin klein, was ist dann für dich die Durchschnittsgröße von Frauen? 1,70. Boah, 1,70 ist schon viel zu groß, Dicke. Nein, nein. Die Durchschnittsgröße ist zwischen 1,60 und 1,70. So dazwischen. 1,70 ist ab da, ist dann gefühlt überdurchschnittlich groß. Dann passt es doch, ich bin genau in der Mitte. Ist trotzdem klein. Ja. Wow, das ist ja klein als groß. Kommt auch wieder. Aber wenn es nicht zu klein ist, chill mal jetzt. Ich bin kein Lolinja. Ja. War das jetzt irgendwas gegen mich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es kann doch Jason selbst beantworten. Ich weiß es kann doch Jason selbst beantworten. Will er, Floddy? Äh, was? Hm. Ich hab ne Kiste gesammelt, wo ich Affen töten musste. Hm? Ich hab ja schon mal gesagt, ich liebe Affen. Nichts. Das ist respektlos. Ich weiß nicht, was du meinst. Weiß auch nicht. Wie ist denn das ist besser? Besser und du leise. Was? Wow. Das Passwort war ja richtig schlimm. Oh, sag ich mal. Und hier? Wie ist denn das.. Wie? Heißt das erstmal, dass für dich Shadow die Durchschnittsgröße von einer Frau haben sollte? Ja. Hier ist eine große gladische Platz. Du hast eben gemeint, dass sich Frauen im Durchschnitt eine Größe von einzeln zu schaffen. So groß ist der doch. Vielleicht ist es ja doch kein Typ. Die kann Chianzing mehr Damage machen als mein fucking Calciaro. Oder? Das war nicht viel, aber... Wurde du eigentlich die Chests aufwarten oder nicht? Ja. Da habe ich gerade was gesehen, was ich hatten wollte, aber es ist abgehauen. Das ist ein Apfel, Alter. Lass mich mal von die Kuppel schweißen. Es gibt immer einen Schlatscher. Ich habe das Apfel bekommen, Gold. Oh. Sehr, 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 sehr. Ich bin wirklich super, dass ich die Apfel habe. Was sind meine Erdbeeren im Rohr? Ich habe gerade irgendwelche Blumen aufgesammelt, aber es sind Gegner gespondert und habe ich die Gegner gespondert. Das war so random. Ich war eigentlich auf dem Weg zu dieser Kiste. Und ich wusste nicht, dass ich das machen muss. Fuck. Du musst F drücken. F. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich dachte aber, hast du mit dem Mauszeiger gedrückt? Ja. Du wolltest ja manchmal auch machen. Das stimmt, ich kenne es ja mit, dass du richtig fertig bist. Würdest du nicht essen gehen oder so? Ich brauche schon essen, aber ich habe nur ein kleines bisschen gegessen. Weil, keine Ahnung, was zum ersten fühle ich irgendwie nicht so. Was gab's? Ah, mir gab's Pizza. Bei uns gab's so Nudeln mit, wie so eine Nudelpfanne mäßig. Die halt ein bisschen scharf waren und irgendwie nicht so verkauft das Essen. Okay. Also ich finde, ich hatte was tolles zu essen. Dafür habe ich noch mindestens zwei Steaks und so Grillfacke im Frühschrank. Boah. Die haben wir uns später gegönnt. Ich habe dieses Mistchen wiedergefunden. Wann ist sie durch? Ich kriege es nicht, weil ich kein Scharf zum Ding ins Bumsen ist. Zum Ding ins Bumsen. Gutes Bumsen. Gutes Bumsen. Jetzt ist es diesmal, ey. Jetzt ist es diesmal, ey. Jetzt ist es diesmal, ey. Nein, ich schicke diese Seite nicht. Nein, ich schicke diese Seite nicht. Hier ist doch das Ding. Hier, hab's. Aber hier unten soll irgendwo noch eine Kiste sein. Oh. 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 Jetzt wird es tausend werden. Oh. 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 Und Video. Was ist das für ein Kind? Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Es ist ein Kind. Heute ist ein Kind. Ich kann es nicht von diesem Kahn-Ber auszudrücken. Ich bin ein Kind. 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 Hier für mich ist das die Glocke. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Es fehlt die alte Schreckschöme. xD Ich bin ein Kind. Aber ich bin ein Kind. Soll ich das machen? Das ist ein Kind. Ruhige. Kleine Krise? Ja, Kleine Krise. Kann man gleich machen? Oh, wie viel Antworten schaute mir nicht mal, dass ich da traurig bin. Oh, wie ist der scheiß Eingang? Oh, ich hab den Eingang endlich gefunden. Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Der Bus ist ja einsam. Ich hab den Teleporter, warte. Ich glaub ich hatte den schon schon mal zu sehen. Oh. Und dann kann man den selben Teleporter woanders wieder aufmachen. Tschüss, wie Damage macht der Digger. Geisteskrank. Und dann kann man den selben Teleporter woanders wieder aufstellen. Du kannst mehrere Teleporter haben. Du kannst insgesamt fünf Stück aufstellen. Ja, aber ich meinte, ist das so wie bei diesem Schatzkompass auch oder wie in Genshin? Meinst du, du kannst ihn dann wieder aufsammeln, ja? Ich hab's noch nie gemacht, aber ich denke schon. Weil den Genshin, den muss man ja kaufen. Ich hab's noch nie gemacht. Guck, einen hausen sollst du mal zu sehen. Ich weiß. Wie viel Damage macht der ne ganze Ruhe? Ne. Was ist denn der Scheiß? Inrii? Jetzt hab ich die Herausforderung nicht geschafft, als ob... Als ob's nach der Zeit nicht weitergeht. Ey, er war so low. Die Scheiß sind ganz bekannt, sorry. Hey, komm her! Du bist nicht der Handkund-Goschokai. Ich kriege das raus. Oh, hallo. Ja. Ich kriege das raus. 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 Dann sind wieder Apes-Jagen, ich so Não habe Angst vorliegen, ob er es nicht gehört hat, und wird nicht der nächste Turm? Habt ihr eigentlich bevor ich Volleyball hatte noch die Unterhaltung zwischen mir und meinem Freund mitbekommen? Wiev... Bevor ich Volleyball hatte, habt ihr dann noch die Unterhaltung von mir und meiner Freundin mitbekommen? Du bist einfach gegangen. Du hast immer noch mal weg. Wir waren beide low und haben einen niederen gebraucht. Ist so. Und du hast uns einfach verlassen. Du hast uns im Stich gelassen. Du hast uns das Messer an den Rücken gebracht. Wenn du jetzt am meisten brauchst, bist du immer gegangen. Wie der Avatar. Bruder, ich muss los. Wie besser sollst du dir das beitun? Ich hätte vielleicht erst die Welt verlassen können. Das wäre ein Vorteil gewesen. Ich musste dich dann nämlich noch kicken. Nachdem ich auf dich gewartet habe, war aber dann nicht mehr zurückkampf. Schäbe dich. Ich bin wirklich sehr leid. Wenn du auch nichts geschrieben hast, dass du weg bist. Deswegen nun eher. Ich hatte kein Internet mehr so komplett mit. Die Nachricht, die ich geschrieben habe, ist erst danach angekommen. Hab ich mitbekommen? Was ist das? Das war mitbekommen? Ich bin wirklich sehr leid. Ich habe ein bisschen und trank. Ich habe sie nicht nur die Welt genommen. Ich habe sie nicht nur die Welt... Ich habe sie nicht. Ich habe sie nicht nur die Welt einen Scheiß-Aps-Aps. Ich habe sie nicht nur die Welt gemacht. Warum sind da dauernd irgendwelche Monster, die mich angreifen wollen? Was hat ihnen Verena getan? Sie mocht hier. Ich sehe hier keine Wiener, weil sie nicht wachsen. Ich sehe hier keine Wiener, weil sie nicht wachsen. Scheiße, ich glaube, das ist doch überdenkt. Ich sehe hier nicht. 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 Du kannst dich auch nicht mehr wachsen. Ich répest auch nicht, sind nicht nur ein Stückchen. Ich hoffe, Sie fügen hier nochmal weitere Windgleiter hinzu. Dann hat er auch nicht Windgleiter. Nein, ich schaff nicht. Ich habe nicht die Windgleiter oder? Das stimmt, wenn eine neue Region rauskommt, denke ich mal. Sonst kriegst du so einen Baum wie in Genshin. Genau. Ich habe Genshin alle Bomben gehabt, jetzt. Kannst du mit dem Geist weitermachen? Wieso muss ich jetzt eigentlich gegen diese Affen kämpfen, während du wegläufst? Weißt du, was ich gerade mache? Ich kämpfe gerade gegen den ihr scheiß Komplettverhorde mit Boss zusammen. Und du sagst, ich laufe weg? Ja. Ich bin ein Trümer. Ich bin nur noch eine scheiß Affen geblieben, sondern auch noch einen scheiß Pilzkopfen. Ja, das interessiert mich richtig wenig. Und dieser Affen hier ist gerade mehr als das Problem. Das sind Schildkröten, die Affen. Ja, der Affe ist weg. Jetzt sind Schildkröten. Schildkröten. Aber siehst du meinen Damage? Ja. Ich habe die Ausnahmspreise nicht als GPS gebaut und deswegen machte Taito ihr da nütz. Das sollte ja auch so sein. Sie ist ja ein Support. Ja, du bist auch leid gegangen. Na gut, ich merke gerade wirklich, das funktioniert alles im Multiplayer nicht, diese Herausforderung, dass es mal so ein Schade ist. Schade, schade, schade. Ich bin so glatt. Alles gut. Ich kann die halt nicht mal sehen, das ist halt das Problem. Dann suche ich hier eine halbe Stunde nach der Chest, um dann auf der Karte zu sehen, dass es eine Herausforderung ist. Hehehe. Ich bin so glü Ja, komm mal stream ich zeig dir den, der fünft mir, soweit ich weiß, nur rüßt es mit Jian. Also du machst erst nochmal einen Sprung, dann machst du den hier, und während du den hier machst, gehst du nach vorne und machst das nochmal. Du siehst, das geht schon höher, ne? Also jetzt nochmal, ich mach eigentlich der erste halt in Einzelschritten. Also den hier, zack, zack, und dann machst du wieder die Attacke. Oha. Das geht sogar mittlerweile so weit, dass du sogar fliegen kannst mit einigen Charakteren, wenn du das richtig schnell timest. Die werden das sowas von rauspatchen. Wäre nicht für crazy, wenn die das zöner lassen würden. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, wenn ich es finde, dann füttest du. Ich weiß nicht. Ja, sorry, Chixxia, ich habe eine neue Rotary. Ja, ich habe eine neue Rotary. Ich habe das neue Stil zu tun. Ich habe es sehr gut gemacht. Ich kann es nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Forschung. Wie wird es das? Ich bin der Stil. Ich will euch den Stil an. Ich will sie. Ich bin der Stil. Aber ich bin der Stil. Ich kann mit dem Sehkrach mit dem Jinchi gehen können. Jinchi, Jinchi, Jinchi? Richtig geil los. Die wird sowas von ein safe pool für mich. Wollte ich von Anfang an haben, den Charakter. Ich hab nur noch bis Camilla ein playable worddacker. Die wird auf die 6.0 pool mit 1000€. Das war ein Spaß. Das finde ich nicht. Alles gut für David, der hier spielt. Er verkauft seine Niere. Verkauf? Miko? Willst du meine kleine Geschwister kaufen? Verkauf dir. Sie sind klein. Sie sind wirklich klein. Sie sind wichtig. Wenn du etwas, wenn ich sie kenne. Dann kannst du weiter Kinder beobachten. So wie du es eh schon machst. Miko mag ja Lollis. Wenn du hier trafst. Sie ist besessen von Lollis. Sie hat mir vorhin geschrieben, sie findet es schade keinen Kinder mehr zu schauen zu können. Sie wird die sein, wo immer bei den Schulen steht. Sie ist nicht da, um zu lernen. Komm her, ich hab Süßigkeit. Niko, ich hoffe mal, du nimmst keine Süßigkeiten mit. Oh, nein. Sie nimmt Erdbeeren mit. Sie nimmt Erdbeeren mit. Er hat das dann immer gut. Ich komm her, ich hab Erdbeeren. Ich muss nur in mein Band reingehen. Ich hab Erdbeeren. Du kannst auch Sahne bekommen, musst du mitkommen. Oh, nein. Oh mein Gott, das ist so schlecht. Okay, die Kuh hat einfach mal 4.000 Erdbeeren bekommen. Ich bin da überlegen, ob ich morgens zur Folge bei dir gehe. Die AG in der Schule. Da bin ich nicht mehr am kleinsten. Da sind andere, da sind kleine Kinder. Ah, da freust du dich. Ich bin da überlegen, ob ich nicht hingehe. Ich bin da überlegen, ob ich nicht hingehe. Stop it, please. Aber bei der Body, bei der AG sind auch so komisch Leute. Ey, scho-scho-scho, da ist das Vieh. Hantes, Hantes. Ah, die Fliege. Ah, ich hab's gefunden. Weißt du, die Fliege ist sehr einfach, wenn du ein Schusscharakter hast. Kannst du sie vor weitem abschicken. Hast du sie? Aber das ist keine Challenge. Ich will Challenge. Hast du sie? Ich hab sie. Naja, wenn man keinen Aim hat, dann trifft man sie auch nicht. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Deswegen renne ich lieber hin und jagen sie. Weil geilen Wolken aussehen. Oh, Wolken sehen schön aus. Ich mag dieses Wetter hier lieber als das in Genshin. Irgendwie. Ich muss sagen, das Regenwetter ist auch richtig geil. Ja. Aber es regnet irgendwie wenig. Nur wenn viele gegenwarten. Das finde ich irgendwie gut. Aber ich muss sagen, wenn man... Es regnet wenig, es fängt an zu regnen. Ich bin Gott. Wir machen jetzt... Ah! Jun, 2,3,5... Wir fangen an zu regnen! Das ist ja gerade wieder. So wenn es um die Factor zu zurückkommen kämpeln? Ich kann das so gestellt werden. Im Moment. Leps? So. Du musst nur mitkommen. Gratiswähler. Du musst mit in meinen Bauchstamm kommen da hinten. Ich hab freies Hotspot. Ich hab noch mehr Acht an Bord. Was ich noch mehr los liest. Komm mit. Da fallst du mir in den Sinn, ne? Das ist dein Tier. Dann sind wir zu sterben. Irgendwann wirst du gekocht. Ich werde gekocht. Dango hast du Lust bei mir zum ersten vorbeizukommen? In meiner Welt. Wieso? Ich hab zartes Fleisch. Oha. Ich würd sagen, Kalchavo braucht richtig. Ich spiel lieber Berina und Enko. Mehr Kalchavo und Loli, dann würdest du ihn ausspielen. Das kann gut sein. Ich kann's noch heute an der Bushaltestelle vor, dass du da seit lange mal wieder Leute beobachten. Schau mal bei wo. Ah, du hast sie auch ja jetzt. Ja. Das hab ich dir... Zumindest hab ich euch angeschickt, ne? Längst du denn? Ja. Dann heute hab ich dann bei 50-50 an Enko verloren. Das hab ich mitbekommen. Das hab ich mitbekommen. Ja, du warst ja in der Art live dabei. Noch mit ein bisschen Verzögerung. Während ich 100 Pools gespendet habe. Egal. Du hast dann gepackt. Komm, mach. Du weißt nicht, wie schlimm meine Pools waren, ne? Bei wo gestern in Genjin. Ich könnte immer noch heilen, Alter. Ich hab 50-50 an den Charakter verloren, den ich schon hab. Ich hab zwei Standardcharaktere. Und an beiden Charaktern hab ich 50-50 verloren. Nochmal, ne? Ui. Warst du Clorint jetzt? Aber ich hab Clorint bekommen. Und das Lustige, ich hab alle meine 100 Pools reingeballert. Mit Cashback allem drum und dran. Und hab's immer noch nicht gehabt. Ich durfte dann weiterfahren. Dann hab ich ein Abyss gemacht. Ich war Pompel, Tode, Flüge, 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 Flüge. Ich habe diese Ja, also meine Pools sind scheiße aus und ich war den ganzen Tag da noch abgepackt. Kann aber sein, dass ich die Pools für Serena weg nach Volleyball machen werde, noch bevor ich zuhause bin. Kann ich verstehen? Heiter mit einer Freundin von Volleyball, die auch Serena haben möchte. Sie ist aber kein Loli. Ja, sie kommt nicht viel dafür, ne? Ist das so unbeliebebar? Jungs! 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 Das war's für heute. Die Karte ist wichtig für die Anwendung. Die Anwendung ist wichtig für die Anwendung. Das ist gut. Ich werde alles nicht verlassen. Okay, was jetzt? Okay, was jetzt das? Ja, ich weiß nicht, dass ich nur das Gefühl habe, dass ich nur das Gefühl habe, dass ich nur das Gefühl habe. Es ist normal, dass ich nicht höre. Oder redet einfach keiner. Redet einfach keiner. Okay. Aber gefällt dir das Bild, was ich dir geschickt habe? Ich mag es. Ich mag es. Ich mag es. Ich möchte mich nicht mehr. Ich möchte mich nicht mehr. Ich muss das Bildern. Ja. Ich muss das Bildern. Ich muss das Bildern. Ich muss das Bildern. Nee. Ich muss das Bildern. und er war noch mal machen den Eindruck ich habe auch gebraucht Prozent 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 bekommen bei Altruf auch Doppelgillen Eier und Schaden um das kann man benutzen oder äh... Aufladung ging's Weil... Ich kann beides machen Und das ist Onkel, Alter Achso Wo heißt Onkel, Alter? Ich glaube hier in Lend wird mal eine neue Wahl vor dem Wrave Also ich hab sie Was sagst du? Was sagst du? Was sagst du? Digga, was guckst du dir da gerade an, Digga? Boah, da fällt mir sogar grad meine Herze der da runter Sagst du bei wo? Was? Sagst du bei wo? Was? Was sagst du bei wo? 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 Das ist mein Stream Wie wenn die überhaupt raus kam, hab ich das gesagt Ja, ich hab sie bei scherzen Ja, bald 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 Was ist so bewandert an ihr? Ich bin schon da bald Sie hat... Was sagst du bei wo? Sie hat Persönlichkeit Ich mag auch ihre Persönlichkeit Ich mag auch ihre Persönlichkeit Quizze Achso, du stehst auf Roteilige Das war der Freizeitgrund Jessica Ich wusste, bei Philipp am Gastronomen, es gibt eine, die sieht 1 zu 1 aus wie Jessica. Die sieht mehr aus wie Jessica als Jessica selbst. Philipp meint ja, ihr habt Jessica letztens getroffen. Irgendwie im Kaufland oder so. Ich glaube, dass ich sie im Kaufland getroffen habe. Philipp meint ja irgendwie... Ihr habt euch nicht mal begrüßt oder so, ihr seid einfach an der Mann vorbeigelaufen. Naja, so kann man das nicht richtig nennen. Wir sind so an diesem Eingang vorbeigelaufen und sie war da in irgendein Zwischengang so. Aber wir werden im Kontrast. Hast du aber auf Spanner gemacht hast du so um den, Digga. Ex-Freundin, Digga, ich war mit dir in der Schule eine Woche zusammen, Digga, eine Woche. Das war diese siebte Klasse Freundin einfach nichts gemacht. Du hast gesagt, dass die Freundin aber, wo er es war, war nichts, Digga. Das höchste, was man gemacht hat, war auf Whatsapp schreiben. Ich weiß doch, Dani, Digga, ich komme in eurer Klasse, Digga. Dani war mies, Digga. Das ist meine Freundin auf einmal, der zeigt sie auch zu. Denkt man so, okay, also wir haben meine Freundin. Was weiß ich nicht, was ich damals in der Sekundar-, so sechste, siebte Klasse, vielleicht auch noch achte gedacht habe. Äh, nee, 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 nee. Was ist schon wieder her, ist einfach geisteskrank. Mal siebte Klasse war vor, das war vor sechs Jahren einfach. Vor sechs, sieben Jahren war das ungefähr. Nee, vor fünf bis sechs Jahren war das ungefähr. Geisteskrank. Yo, der blockt einfach den Schwertschlag vom, vom Main-Character. Was ist für mich so lange her? Meine Yin-Dem ist gut. Okay, chill, 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 chill. Ich bin, ich bin sehr nett und ich gönne sie dir auch, sobald du sie hast. Bei mich, ich nehme ich noch einen Stolz, dann ist Shinji aktuell. Die finde ich eigentlich mittlerweile gar nicht so nice eigentlich. Ich merke, sie ist nicht so beliebt. Boah, sie ist einfach, keine Ahnung, so. Eiskönigin auf, auf, auf Demo gekauft. So. Oder Schieren. So ein bisschen. Ich weiß es egal, wie ich kriege. Und wenn ich drin, kann schon mal. Woh? Die Tomigi hat geschrieben, ich bin ein Such-die. Ich schicke, glaub, jeden Tag ein Snip, wo ich einmal nur bei den Waves drin bin. Boah. Brav. Sagst du, das ist der Grind, den sie nicht verstehen kann? Ich hab ihr dann ein Bild von dem Sakura-Bomb geschrieben, das Spiel ist auch schön. Jetzt hat sie geschrieben, äh, was muss man machen. Jetzt hab ich gefragt, in das Spiel. Ich weiß nicht, ob sie durchmacht, aber ich denke schon. Alter, Niko. Sie schickt mir ein Bild von Alter und schreibt dazu, es ist kein Lodi. Aber erst der Lolli-Keeper. Ihr seid gleich ähnlich. Ihr müsst beide Lolli-Keeper einfach. Gibt's denn? Dieser Zog. Haha, du machst jetzt so viel. Das war das erste, was du mir eingefallen hast. Der ist ja schön, Dicke. Der Barkeeper, Bro, aber B-Keeper. Der Lolli-Keeper. Der Fimper ist das. Ja, der Fimper, geil. Der normale Fimper. Ja, der ist gut, der Lolli-Keeper. Ich hab davon echt einen Kill. Der B-Keeper, ja? B-Keeper gibt's einen Fimper, ja? Ich dachte jetzt von Lolli-Keeper. Weil ihr irgendwas mit Lolli hattet. Das hab ich gerade herausgesagt, weil... Also... Wir sind beide Lolli-Keepers. Was sollte das Bild jetzt darstellen? Das sollte einfach nur ein Lückenfüller darstellen. Weil du mir einen Snap geschickt hast, dann muss ich den Snap schicken. Haha. In Yinden ist gut zu gehen. Ich, äh... Sie lachen gerade. Ich hab Flashbacks bekommen. Und Flashbacks, ich hab gar nicht gewonnen. Was? Du hast mich einfach eingefühlt wie so... Wie so ne alte Frau einfach. Äh, ich? Ja, das lachen gerade eben. Ich glaube, ich bin am Jüngsten hier. Ich weiß, aber trotzdem... Du könntest theoretisch meine Tochter sein. Hä? 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 Wie wär, bist du? Hehehe. Hehehe, Hehehe. 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 Du könntest auch mein Vater sein durch den Ding her. Ach, fast, Chef. Oh, really? Also, etwas der EF-Habe, den könnte ich, glaube ich, kein Schlamm. Also, bei Miku, ja, bei dir weiß ich es nicht. Naja, so viel Unterschied ist es jetzt auch, ne? Wenn ich wüsste, wer es ist, könnte ich glauben, ja. Da sagst du, ich bin ein Alka nicht easy. Was schätzt du denn? Du könntest so Mitte 20 sein, aber du könntest auch so schon Anfang 30 sein. Von der Stimme her, ich hab keine Ahnung. Boah, ich sag einfach mal, boah, gegebenen Tipp, unter 30 oder über 30? Ähm, ich hab das Alter, als Jesus gekreuzigt wurde. Na, warum ich mich nicht in den Kopf? Ich hab das Alter, ich hab das nicht in den Kopf. Sag doch einfach. Ich hab das Geschichtss raus, ne? Ich hab das Geschichtsseraussehen. Ich hab das nicht immer Geschichtsseraussehen. Ich hab ihn gefunden. Der Katzmann. Der Katzmann, ja. Von Jesus hab ich das gestern genug. Aber ne, Bartekäste haben wir jetzt mit den ersten Absoluten der Bibel beschäftigt. Hehehe. Seid ihr so schriftlich unterwegs? Das war im Revierunterricht. Oh. 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 Ich hab mir vor, wir hätten Religionsunterricht gehabt. In unserer Schule, Digga. Ich glaub, das wär... Was hatten wir noch? Religion? Also, Ethik. Ja, Ethik. Na ja, alle Kirch... Alle Kirchengänger sind Lolli-Fans. Oh, wow, okay. Oh, wow, okay. Alle was? Alle Kirchengänger sind Lolli-Fans. Was sind Kirchengänger? Ich wollte einen Kirchengänger. Ich wollte einen Kirchengänger. Ich sag immer 18. Kirchengänger? Ich hab wahrscheinlich einen Kirchengänger. Nein, nein, ich wollte grad sagen, weil wenn Miko 17 ist, dann hätte er sie einmal mit 10 gesagt. Was? Äh, ich sag dir aber keine Ahnung. 36. Ah, nee, nicht grad. 33. Okay, nee, da kannst du nicht nachholen. Zumindest wenn, dann hast du sehr, sehr, sehr früh angefasst. Wenn ich heutzutage sehe die Jugend, die schon mit 12 Schwanger sind, dann ist es mal nicht so abwegig. Ja? Warum ist es so ruhig? Also mit 12 hab ich noch nicht mal an dieses Thema gedacht. Ich hab Star Wars Karten bei Prozent geklaut. Prozent, Digga. Der gute alte Laden. Boah, dieser Kiosk, dieser Lotto-Laden. Boah, du musst noch was. Bisschen nach hinten ist. Boah, ich gucke euch hier dann. Oh, jetzt ist Mutter da. Jetzt gibt's Schläge. Ja. Wie du hast damals geklaut? Ja. Wie du hast damals geklaut? Du hast schon verjährt, das ist schon verjährt. Geil, Digga. Ja, Miko? Wollen wir weiter gehen? Wir sitzen, glaub ich, seit einer halben Stunde auf jeden Fall. Wie voll gab's? Ah na, never mind, das war so ein bisschen... mit 12. Also mit 6, 7 hab ich die Karten geklaut, das weiß ich. Da waren wir erste, zweite Klasse, da war Prozent noch da. Aber... Ich glaube, die 6. Klasse war Prozent gar nicht mehr da. Oh, ist ein Mutterpreis. Eine Freundin von mir, die bekam mit 16 ihr Kind, also... Ihr Sohn, der hat den Alter von Miko. Das ist crazy. Wow. Mein Bruder ist ein Jahr jünger als Miko. Obwohl, wirst du dieses Jahr 18? War nächstes Jahr. Okay, dann. Was? Äh, älter, älter, ein Jahr älter als mein Bruder. Ein Jahr Brüder? Jo, Brüder, Jo, Brüder. Also... Älter als einer von meinen Brüdern. So rum. Ich geh nur ein. Ich geh auch nur ein. Was? Was? Ja, das Ding ist, äh, mein Vater ist gegangen, wo ich Kai war. Und der hatte 2 Söhne, die älter waren als ich. Also kann sein, dass meine Brüder so jetzt um den Alter, wo Bebo gerade ist, glaube ich. Wenn ich 1, 2, 3 Jahre jünger bin, glaube ich. Ich weiß es. Oder wenn ich halt 2 ältere Brüder habe. Was? Kannst du dich mal hier unten hinstellen, Miko? Hier unten? Hier, hier. Nein, hallo. Hier, hier, wo ich bin. Die aber wegläuft. Hallo? Ich habe da. Also, ich habe da. Hier, hier, hier. Diese Wand gerade. Danke. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Eric Bär gegen... Nein, 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 nein. Lass das, lass das. Einmal gleichzeitig. Eric Bär. Gegen die Welt. Lass. Der Bär gewinnt. 100 Pro. Locker. Boah, Alter. Der hat uns Deco gebracht. Oha. Ausgewicht. Oha. Sie. 800er Damage. 1000 Damage. Du. Der Holmachkammer 300. Jawohl. Oha. Jetzt muss ich wieder an dieses Video denken, Digger. von Naruto, was so komisch deutsch synchronisiert wurde. Komm mit dein, äh... Komm mit dein Clan. Ich spick euch alle. Ich liebe dich. Oha. Was war jetzt? Oha, und jetzt reinlieb. Mein Kollege, hallo. Sie lieb mich. Ja, danke. Ich hoffe, er aufsteht. Was war jetzt eigentlich der zweite Grund, warum Jinji so toll ist? Oha. 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 Du wofür verklig dieser Sahne Klotz da, der da runterhält. Ich musste nicht so das Ohr halt abzulaufen. when Taylor is out inside. Miko, guck mal in meinen Stream, dann siehst du sie von ganz nah an. Das habe ich gerade auch. Okay, aber nicht so, nicht so wie du, Jess, nicht so wie du. Ich habe gerade den Stream gewechselt, nicht so wie du. Was habe ich eigentlich Miko geschickt? Oder nicht? Was habe ich dir doch geschickt, die Szene? Doch, ich habe dir doch ein Bild dafür geschickt. Aber sag mal, ist sie eine Elfe? Guck mal, ihre Ohren. Ja, wahrscheinlich. Kommt aus Frieren gerade. Frieren's Tochter. Sagen sie, sie sieht älter aus als Fesen. Große Schwester. Sie ist vielleicht 2000 Jahre alt. Ich glaube eher, sie kommt aus dem Kokiriwag. Was für ein Wald? Das ist der Wald in Zelda. Frieren's Tochter. 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 I don't know. Frieren's Tochter. Frieren's Tochter. Das ist das, was ich so richtig finde. Das ist aber im Genjin fast genauso. Ja gut, der Jude in Wooden und Waves sieht eh auch wie Kirito aus. Aber wenn wir die Leaks sehen, dass wir die Krippe aussehen. Das eine, was da wie so ein Portal ist, mit so einem zerbrochenen Ding. Das ist wie ein Altar aus. Ich muss den Channel noch einrichten, der war noch gar nicht fertig. Das könnte gefühlt so das Gebiet von dein Cha, den du am liebsten magst eigentlich. Shinchi ist es auch. Also ne, das untere, ja ich glaube das oberen von Shangri. Also das vorletzte. Die zwei oberen, die zwei oberen sind von Shangri. Es steht sogar da, lol. Sorry, Mab. Und die unteren sind von den Charakters, soweit ich weiß, da kämpft man ja auch gegen Yue irgendwie. Cut-Level-Maybe-Loss. Jo Mädchen, wieso musst du so nahe kommen? Das hab ich auch gesagt. Natürlich ist der Main-Charakter so übelst dumm, der merkt nix. Der plant das alles noch. Der ist wie ein Baby, der hat seine Erinnerung verloren. Ich versteh's nicht, wie funktioniert Erinnerung verlieren? Warum kann man dann noch sprechen und so? Sag bitte Erinnerung und nicht Erinnerung. Erinnerung, hä? Erinnerung. Es gibt manche Leute, die sagen Erinnerung. Erinner. Oh, es heißt Erinnerung. Nicht Erinnerung. Wo ist dann er? Was steht denn unterschiedlich? Zwischen erinnern und erinnern. Oh, komm ich spende mal 50 Euro. Oh, WTF? Ich will sie ziehen. Ich will sie auch ziehen. Kannst du auch nix. Kannst du auch nix. Kannst du auch nix geben? 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 Man sieht alles im Stream, ne? Ja, die E-Mail-Adresse ist sowieso als Dings unterlegt. Äh, als Kontakt, meh. Achso, ne. Ich würde ja denken, dass du jetzt... Das ist nicht schlimm. Kannst du auch nix oder so. Sowieso kann man nix anfangen, weil es ist ja zwei Faktoren gesichert. Ja, dann. Ich muss jetzt nochmal über ein Handy bestätigen. Jetzt mal vorliegen. Was wird das denn jetzt? Oh, ich habe einen Follower bekommen. Danke! Bitte schön. Ich will kurz einrauchen. Schwer da. Willst du nicht sehen, dass ich pool jetzt? Achso, doch, doch. Stimmt, ja. Dann bleibe ich dran. Stimmt, stimmt. So. So. Äh, danach kann ich... Äh, warte. Wie enden? Ah ja, hier muss ich das enden. 6.800 Geisteskrank. So. Wie viel hat denn mir noch gefehlt? 20? Ich glaube. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube aber auch. Ja, ich glaube, es sind 20. Wenn ich hättest du auch die Fanfurt machen können, dann werde ich dann erst durch die Fanfurt dann die Wünsche, äh, oben, die ich nicht machen konnte. Nee, es waren 10. Also... Oder nicht? Es waren 10. Fann 10? Ja. Ah, ist nicht schlimm, dann habe ich 10 als Reserve. Wir haben doch gesagt, dass es am Ende 9 war, wenn du die Fanfurt dann ausgibst. Dann gucken wir mal, ob das jetzt 50-50 für mich ist oder nicht. Hm. Nein, wie bei mir, wie bei mir. Naja, es... Aber ey, du hast den letzten 5-Stand. Ja. Ich hab den letzten 5-Stand. Ist nicht schlimm. Das sieht bei mir genauso aus. Ich hab auch 50-50 verloren. Einfach bei uns zu reiben. Ist ja aber nicht schlimm. Dann wird gepoolt, bis ich sie ziehe. Flasht ein Early. Was kann passieren? Man weiß nie. Alter! Nein, nicht der Alter schon wieder. Weg mit dem. Den hab ich auch in meinem Puls gehabt. Weg mit den Viechern. Was ging also? Was soll da aus? Kometenflamme hab ich auch noch nie gesehen. Auch nicht. Woher kommt die Waffe überhaupt? Weiß nicht wie wie... Man! Der Piss dich. Boah. Nicht gedacht also. Kannst du nicht diese Astroids in diesen Dingern verwandeln? Diese Wehrhund, die du holst? Oder hast du das schon gemacht? Du hattest ja grad ein paar mehr. Du hast es schon gemacht, oder? Ja, ich hab schon gemacht. Ja, ich hab schon gemacht. 6... 6.800 oder so. Da sind noch mal 6. Mit dem Cashback. Das wird einfach einer. Ja. Schafft der? Oder? Ne, doch nicht. Hast du nicht. Es genügt nicht. Ich brauche ja... 640. Ah, ich krieg die noch jetzt zusammen. Aber zumindest... ... fehlt mir kein Charakter. Peace of sea. Ja. Soll ich mich auch aufladen, Jungs? Mädels? Nein, Spaß. Chill, chill, chill. Du hast mich jetzt in Verlegenheit gebracht. Oh, mich aber auch, ich kann kein Geld ausgeben. Du kannst nicht? Ja, dann weißt du, was ich jetzt machen werde. Guck mal streamen, Kai. Guck mal streamen, Kai. Also ich kann schon, aber ich möchte eigentlich umgehen. Guck mal streamen. Nein. Guck mal hier, siehst du das? Hier, hier. 100 Euro. Ich hole deinen Ding... Paypal. Deine Maus zwar nicht, aber... Paypal, janna. Nein, sagst du die 30 Tage später. Das hat Spaß, chill. Hallo, ich will raus. Ich hätte das schon gedacht, wenn du das schon bei Genshin tust, Digga. Genshin war mal. Du musst ja noch was bezahlen, was ich vor einem Jahr gemacht habe oder so. Das habe ich einfach auf später Bezahlung gemacht. Du musst dann keine Strafe zahlen? Wenn du jetzt sagst, du machst 30 Tage später bezahlen... Nee, ich bezahle das doch jeden Monat. Du hast es doch vom letzten Jahr. Ja. Ja, ich bezahle das ja seit letztem Jahr schon. Hast du nur einen Eurobeträgen oder was? Seit letztem Jahr. Ja. Das waren 5 Euro oder so. Monatliches Schubpräch. Merke ich nicht mehr, um ehrlich zu sein. Mein Paypal ist so im Arsch, ich kann nicht mehr 30 Tage später bezahlen machen. Es geht nicht. Ich kann nur normale Bezahlung machen. Alle anderen Zahlungsbetrungen gehen dann irgendwie nicht. Na gut, ich zahle direkt vom Konto. Ja, ich auch schon. Das andere ist vielleicht eigentlich übrig. Ich kann kein Paypal-Konto haben. Du bist minderjährig. Ich wusste, das hatte ich mit 17 auch. Ich hatte mit 17 schon mein Konto, aber musste warten bis ich 18 bin, damit ich mir Paypal machen kann. Obwohl ich mein Konto und ich mit Geld bin. Ich wollte gerade sagen, Digga, das sah ja bei dir genauso aus. Bei mir aber genau. Ich hatte ja noch nicht mein Konto. Unter 18. Ich hatte ein Bankkonto. Dafür brauchten die meine Geburtsurkunde als du weißt wie meine Existenz. Ich habe ja auch mit 17 mein Sparkassenkonto gemacht. Also in dem Jahr, wo ich 18 geworden bin. Aber halt paar Monate war ich dann noch 17 dann. Naja, bei Giant Sync wackelt zwar auch alles. Jajaja. Achso. Aber nochmal zu diesem Beweis zu meiner Existenz, dass sie meine Geburtsurkunde brauchen. Woher wollen die nicht wissen, dass sie gefälscht ist? Normalerweise hat man das... Normalerweise hat man das... Das war die, die bei der Bank sowieso schon hinterlegt war. Perfekt. Aber ich meinte, normalerweise hat man ja ein Personallusweis. Ja gut. Ich hatte zu diesem... Naja, heutzutage mit all den Flüchtlingen in Deutschland kann man... Kann man das verstehen. Dass das... Das ist kein Personallusweis. Naja, das... Dass die Bank in das Prüfen mit der Geburt, ob das Auto und Auto stimmt. Ja, bei Banken, die sind sowieso... Sowieso crazy. Auch wenn du so Kredit aufnehmen willst oder sowas. Sie hat einfach gesagt. Sie findet es gut. Dann habe ich den Snap geschickt, wo man dich sieht Kai. Habe dazu geschrieben, sogar Kai spielt es. Oha. Das ist... Das ist jetzt seine Überzeugung, dass sie das auch anfangen soll. Oha. Was wahrscheinlich nicht machen wird, aber naja, egal. Oha, als ob ich einfach so der Letzte bin, der irgendwelche Spiele spielt einfach. Ja. So als ob ich... Ob ich noch nie was mit Zocken am Hult hatte gefühlt. So hast du mich... Was tun wir jetzt, Digga? Du spielst freiwillig Renewind, Digga. Vergiss nicht unsere Fortnite Prime damals. Mit den YouTube-Videos. Vergiss sie nicht. Fortnite ist etwas anderes damals gewesen. Fortnite Prime war crazy. Da habe ich auch 0 Euro gespendet. Free-to-Play-Fortnite-Playern. Was geht bei den Update ab? Er filmt 40 Fußballerinnen nackt beim Duschen. Bei denen Bre läuft. Wie kann ich das? Was? 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 What the fuck, Digga? Wie 40? Warte, ich lese das kurz durch. Es ist einfach unglaublich ekehaft. Ein Mann beobachtet heimlich Frauen beim Duschen, ohne dass sie etwas davon wussten. Und filmt sie dabei. Hinterherzig. In der Umkleidekabine der Fußball-Damen des niederländischen SV Böhme soll der Feind gelauert haben. Feind, Junge. Eine heimlich installierte Kamera, die nahmen 40 Frauen beim Umziehen und Duschen auf, ohne ihr Wissen und gegen ihren Willen. So berichtet der Wasroder Zeitung. Zeitung? Wasroder Zeitung? Wasroder? Wasroder Zeitung. Dahinter steckt offenbar ein 37-jähriger Mann. Jetzt müssen wir die Spieler zur Funktion des Mannes im Sportfeind geben und die Ermittler nicht bekannt. Die Polizei hat das Beweismitteln sichergestellt. So Polizeisprecher. Das ist sicher nur PR für den Club. Das ist sicher nur PR für den Club. Das Spannende wird jetzt Verletzungen des höchstpersönlichen Lebensbereichs und die Verletzungen der Persönlichkeitsrechte durch Bildaufnahmen vorgeworfen. Im Grunde eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre. Jetzt werden die beschädigten Frauen befragt, die Ermittlungen rufen. Einfach zwei Jahre schlafen. Digga, ich bin und Justin haben unsere Flamm verloren. Da hast du auch schon geschrieben, hab, kauf noch Flamm. Mane, Neujahrs letztes Turnier. Mane, Neujahr hört auf. Einfach der Nächste. Mane ohne E. Holly? Ah, dann habe ich nur Gerats E. Wie, Lolli mit E? Lolli wird E geschrieben. Wie? Stark. Stark. Ja, nicht zu haben. Ich will das so, als ob ich es kaufe. Ich wüsste, wäre auch mein Eindruck gewesen, als hab ich Geld dafür ausgebe, verflungt. Ist so, ist sie, ich will das so. Ich will das ... Ach, das ist so was, so zu schreiben. Ich nix Geld. Der sieht schön aus, das ist auch eh mal ein Foto gewesen. Wann das ist denn dabei, er hat den Foto. Haben wir hier welche? Wo sind die hier? Ich weiß es nicht, egal. Ah, wir sind hier im verbotenen Wald. Alter, wir sind im verbotenen Wald, Junge. Harry Potter, he's dead. Folge mir. Wir gehen jetzt zu einer Kiste, die irgendwo hier sein soll. Und ich brauche deine Hilfe. Alter, hier ist Jong Lee. Hier ist Jong Lee. Was macht ihr Jong Lee? Komm her, Miko. Ich weiß immer noch nicht, ob es beim Plan war, mich bei meinem richtigen Namen zu nennen oder mich bei Miko dahin zu nennen. Was ist Jong Lee? Das ist Jong Lee, kein Jong Lee. Das ist Jong Lee. Das ist ein Fake. Das ist ein Fake. Das ist Erfolg, Miko. Ich verstehe, Miko. Das ist toll, Miko. Ich habe einen Fake. Das ist ein Ejtern. Mit einer Seite. Damit ist ein Herz. Sie können Sie seinen Weg. Das ist ein Ejtern. Wann, ich habe noch kein Schmerz. Das ist ein Ejtern. Das ist erster. Sieh mal leider an. Ich hab eigentlich keinen aim. Ob ich eigentlich nicht wie den Barrowern zum Teil meinst du nur Most Arriable Player wurde. Wenn du schlechtere T-Mails hattest. Ja, ich glaub schon. Auch wenn ich mich frage, wie ich dich noch schlechter als ich dich bin. Was geht? Ich muss gerade smart überleben. Wo kommst du rein? Oh, ich hab's. Ja genau, du. Wo kommst du rein? Okay, das hat schon mal einen Fehler. Ja. Das ist aber schon mal nicht gut. Ey, dieses geht nicht eigentlich nicht mehr. Ich muss nur falsch sein. Ich muss nur falsch sein. Ich weiß nicht. Du hast noch einen Fall, ne? So. Ich will doch mal das Teil reinmachen. Ne, das ist ja anders aufgebaut. Ich hab's gar nicht gesehen. Scheiße. So. Okay, ich bin doch sicher. Das ist ja sicher nicht. Okay. Der ist ja klar. Der ist ja nicht zu schützen. kann ich dich hier rein machen ne kannst du nicht. Dann packst du doch da unten hin. Ja, wollte ich auch grad machen. Dann kommst du nach oben in die Ecke, und das war's. Ich mag Puzzle. Puzzle sind toll. Genshin called never. Spaß! Und was hat das jetzt mit Puzzle zu tun? Das war ein Spaß, hab ich doch gerade gesagt. Ja, aber ich hab diesen Spaß nicht verstanden, also dem was du gesagt hast. Ich hab ihn auch nicht verstanden, was ein Spaß war. Spaß muss man nicht verstehen. Nein, ich hab ihn auch komplett nicht verstanden. Dann vergiss es. Alles gut. Es ist nichts wichtig. Aber ich muss nach ne Batterie suchen. Schrei, wenn du ne Batterie findest. Also nicht mal wörtlich. Danke. Das ist aber faszin. Eine Batterie soll ich suchen. Weiß aber nicht wo die ist. Die soll irgendwie ne Batterie sein. Die muss ich denn hier hinkriegen. Dieser Ball ist echt schön. Der kriegst du durch die Lebensgefest eingefallen wird. Der kriegst du durch die Lebensgefest eingefallen wird. Der kriegst du durch die Lebensgefest eingefallen wird. Der kriegst du nicht reinmachen. Der sammelt sich diese ganzen Monde und so. Das kann auch wieder sein. Dann scheißt es auch. Dann gehts weiter. Ah, da hieß es nicht. Aber was ist ein Monde und so. Dann muss ich noch nicht gehen. Also laut Kai könnte sie ein Kostmitter sein. Das Bild auf der Seite ist geil. Das fühlst du, Miko. Auf der grünen Rechseite. Guck mal. Oh, cool. Oh, cool. Jetzt machen wir es hier. So resell ich mich nicht, wie ich verratzen darfst. Das ist wahrscheinlich genug. Danke. Ich bin Angst. Ich bin Angst, komme auf dem Ablass. Ich bin Angst? Ich bin Angst. Ich bin Angst. Oh, ich bin Angst. Ich bin Angst, ich bin Angst. Ok, die riecht voller, die es nicht erscheint. Wollt ich grad nicht hochzumachen, wo die Schmetterlinge auf ihrem Kopf drauf waren. Ok, dann machst du jetzt. Oh, sie sind weg. Sorry. Aber was ich weiß, einmal Motherfly fehlt mir. Ah, das ist die... wo... in dem Würsterfall, ja. Ich weiß, das hat... ich war irgendjemand schon gemacht. Ich weiß noch nicht, bei wem. War das bei Gimiko? Bei mir. Ja. Rebo, du warst auch noch nie in meiner Welt aufgefallen. Ich glaube nicht. Kai war heute auch zum ersten Mal in meiner Welt. Das war hier schon so oft gewesen. Ich war schon öfter hier, ja. Aber wir haben deutlich mehr Zeit in ihrer Welt verbracht. Okay, ja, das stimmt. Ich mach auch, wenn es gut läuft, so 200 Damage. Ja, es kann aber sein, dass du bald nicht mal in meine Welt reinkommst. Ja, das ist traurig. Also ich könnte mein Weltlevel runter machen, aber das wäre auf Kosten von schlechten Loot. Da kann ich auch einfach zu dir kommen. Alter, hier ist ein Bär. Guck mal. Warte. Warte. Miko. Ja. Let's go, help mir. Hallo. Das kommt hier. Hormstuhl, hier. Hallo. Okay. Ich habe voll von diesen Waste-Blade-Zeitstoffen. Diese Wave-Plates sind voll. Wir wollten die ganze Zeit was für dich machen. Äh, was willst du machen? Das, wo es Waffe-Loot gibt. Okay, das ist aktuell Charakter-XP, habe ich gesehen, kannst du sammeln. Shell-Credits, Waffen-XP, was haben wir noch ein bisschen doppelt? Ich glaube, eigentlich müsste noch Taste-It-Field doppelt sein, oder nicht? Glaub ich. Haben die auch gesandt? Glaub ich. Wer nicht da macht, hört, denke ich, die kann ich auch gebrauchen. Also, schau mal. Hier, Doppelabwurf. Das ist aktuell nur bei dem Training anscheinend. Wir wollten eigentlich Taste-It-Field auch Doppelabwurf machen. Ich bin aber auch nicht sicher, ob sie das gemacht haben. Alter, wie gelten die Wolken aus, Junge. Wer kann nach oben? Noch nicht so. Er will nicht. So wie ich das will. Also, der Kampf ist echt sehr interessant mit anzusehen. Mal sehen, welche Affe gewinnt. Kann ich Geld wetten? Einmal einen weißen Affen und einmal einen braunen Affen. Also, steht gleich. Oh, eine Echo. Oh, eine Echo. Ich hab eine Echo hier. Nee, nee. Bauna Affen hat Vorteil. Oder? Nee, gleich. Ähm. Bei wo? Wenn du Yin-Lind eh machst, kriegst du für 5 Sekunden 15% Quit Rate. Oha. 5 Sekunden, ja. Für 5 Sekunden 15% Quit Rate, hab ich schon gesagt, ne? Ja. Oha, nee, nicht, 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 nicht mich. Hallo, das war jetzt Mikro in Ruhe. Komm her. Wegen mich mit größeren Ambranchloch. Immer diese Leute, die auf Lollis gehen, stimmt. Bei den Affen hat keiner gewonnen. Wait, wir wollten dein Dings holen. Äh, äh, Doppel-Event-Ding-Pumpster. Was willst du machen für den Doppel-Event? Ja. Charakter XP? Waffen XP oder credits? Ich geh auf die Charakter XP. Hm, ich auch. Bin ich dabei. Weil ich werde nämlich sehr bald auf Level 70 aufleveln können und da brauche ich sehr viel XP wieder. Aber Bevo, du hast auch mitbekommen, wir haben 20 dieser Credits da bekommen, diese Wave-Würfe da. Ja, weiß ich. Okay. Kannst du auch noch mal easy aufleveln? ant, auf. Also ist es noch mal normal. Junge ist es mir, schade. Das ist mir sehr hart. Ain't das nicht. Verrőlst du auch nochmal zu testen. Das heißt, wenn du auf Doppel-Event-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. so dann mein kalscharo hat einfach mal 48,8 prozent quittrate 60 prozent haben das ohne die kürzende Waffe und hat auch so ein ich hab dann schon mal mit dem ich auch noch nicht ich hab auch cool Resin ja ich hab cool Resin 200 Wollen wir danach kurz Gänchen geben? Ja ok Gänchen Beibou? Beibou? Ja? ich habe wieder ich kann ich werde ich werde aber ich glaube ich habe auch jetzt wieder genug ja ich kann jetzt noch ein wochenballer zu holen wenn jemand zugucken will ja dann zieh mal ready cashback habe ich nicht okay let's go ok nur scheiße kommen sei lieder habe ich wenigstens cashback ich bin auf ein pt von 30 31 ist eigentlich 31 pt das heißt noch 49 ich bin auf 36 pt beim richtigen banan so dann versuchen wir mal mein glück nächste szene ohja let's go du hast jetzt 36 ne? oder was hast du? ja ja jetzt 36 pt kriege ich noch was mit dem cashback ja ein pool und du hast die ganzen events noch vor dir? hast du alles schon gemacht? illusion realm zum beispiel bringt sehr viel wenn man alles macht? äh den habe ich gerade gemacht das ist ja wo du die schwierigkeit auch einstellen kannst dann gibt es ja noch dieses andere event oh ne dex das war aber nix aber weder ne constellation quatsch ich will ja nicht auflevel ich hab noch gar nicht den charakter test gemacht die hat wenigstens 40 äh s-wert geben können für den charakter test weil die machen wir mal einzel banner ich brauche noch 880 sp dann bin ich level 40 ich brauche noch 50 xp dann bin ich level 36 du darfst dann nachdem ich level 40 bin darfst du die wieder meine welt verlassen ne? sonst kommst du die wieder rein ich bin das erste du kommst du hier nicht weiß ich was passiert wenn ich level 40 werde und level up gehe ah ne das kann ich eh nicht im im koop machen scheiße das war ja mal schade ich geh jetzt äh gängchen rein ja so ne dings das musst du alle 3 mal machen das heißt äh 2 4 6 und 8 bist du eigentlich ich muss aber sagen ich mag den launcher der sieht richtig gut aus jetzt über dem neues zuущen ich weiß ganz klar ich muss ja hjälp ich habe dazu viel ich habe einen problems ich habe ihn自由 ich habe mich überraschend ich werde es sehr viel Ich bin ganz glücklich froh, dann können wir spielen und Resin ausgeben. Bis gleich. 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 Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Weißt du, was wir hier machen müssen? Okay. Okay. Danke. Okay. Ja. Okay. 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 So, Ja, ja. wenn ich definitiv mehr und so nimmt es nach unten sogar leider älter trotzdem bei weitem nicht so weit wie du jeden Tag äh Genshin spielst ich jetzt mittlerweile am Anfang tatsächlich nicht jeden Tag gespielt so was fehlt noch eine am Mann eine Sprechdaily wo ich wahrscheinlich wieder mit irgendeinen Fatui-Typen reden muss und danach ab in den Domain-Rand-Culture ich muss fahren Armin, man kann jetzt endlich finally fünf Stück herstellen von den Verdänzt-Dingern ich hab's 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 bedankt da nein nein stelle ich dann Merkst du selber, ne? Gruselig. Ich sprech mit Rudolf. Ich sprech mit Rudolf. Ich bin immer noch am überlegen. Geh ich morgen zum Volleyball? Geh ich nicht. Geh ich hin? Geh ich nicht hin. Geh nicht. Geh hin. Mein Spaß geht nicht hin. Bisschen mehr Rudolf in Graves spielen. Gut. Wir spielen so wenig Rudolf in Graves ohne Witz. Wir müssen jetzt echt mal anfangen daily zu spielen. Nein wir spielen jetzt pro Tag vielleicht mal 5 Minuten. Das Spiel? Nein. Ich verstehe das nicht. Wir brauchen mehr Rudolf in Graves. Definitiv. Wir haben das gestern ungefähr so 5 Stunden gespielt und das vor dem Tag so ungefähr 5 Stunden gespielt. Oh Maira! Hallo Alice. Hallo. 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 Ich habe kein ordentliches Mikrofon. Was ist das? Oder redest du mit der Musik? Im Nerf hat sich was jetzt irgendwie gedacht. Ist das so ein alte Mikrofon? Ja. Was nennt man Apple-Produkt? Ja. Ah Gott. Schlechtes Mikrofon-Qualität ever. Ja wirklich. Aber Sound-Qualität... Bumpe. Also irgendwie war das eben... Ein Eye-Hatset. Willst du gleich mal alle mit gucken oder willst du mal kurz was zu essen? Aktuell noch nicht. Und wann willst du ungefähr? Hm... Keine Ahnung. Vielleicht wenn die anderen weg sind. Aber wie lange du zu wach warst? Keine Ahnung. Dann musst du nachkommen oder nicht. Du machst immer nichts weg. Nein, nein. Nein, nein. Ich habe überhaupt nichts. Ja. Mach's mal. Heute ist ja Oli zu Hause. Oh ja, dann easy gewesen. Ich habe nämlich meine Dingsbums, meinen Stick weggenommen. Oh. Und sie mir das jetzt alles bei mir rausziehen. Und ja. Hab ich dir schon mal gesagt, dass mein Stick... Ich habe den dort gelassen. Und der wurde einfach kaputt gemacht. Ich dachte, alles darf man neu machen. Ja, morgen. Das war in der Lunge. Ja, morgen. Das war in der Lunge. Ja, morgen. Aber ja, morgen. Wie lange warst du eigentlich Freude für in der Schule gewesen? Zwei Stunden? Ja, morgen. Ich hätte mich da so gefreut, wo ich mich in der Mauer war, wenn ich zwei Stunden mehr war, wenn ich mir da gewesen wäre. Na ja, danach... Äh... Sollte ich eigentlich zu... 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 Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall zu einem Dingsbum. Träger oder sonst scheiß. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Zumindest das Zerl in deinem Bescheid. Sagst du, wir treffen uns um gehen zum Kind von Stunden Edeka was zu trinken? Es gibt ein bisschen 20 Stunden Edeka? Ja, also hinter Steintuch. Wir haben einen Laden, der für 20 Stunden geöffnet hat. Oh, Lidl? Ja. Das wundere ich mich auch gerade. In Edeka? In Edeka? Ja. Nein. Ich bin 20 Stunden Edeka. Ey, wo bist du gerade? Ich bin auf dem Balkon. Ach so. Ja. Das ist mir einfach gefolgt, wir essen machen. 24 Stunden Edeka, klingt nice. Lass hingehen. Wo waren wir denn? Also später erst. Später, Bruder? Ich weiß nicht, Digga. Chill mal. Mir ist egal, Mann. Ja, Miko, ich bin gerade selber davon überfordert, dass wir so einen Laden haben. Ja, du hast überhaupt nicht. Ja, ich weiß das doch selber nicht. Ich wusste das vor zwei Minuten selber nicht. Ja, aber ich meinte, ihr könnt einfach zu einen Laden gehen, weil wir sind nicht so ein Laden fast eine Stunde entfernt, wenn ich zu Fuß gehen möchte. Also hier, wo ich wohne, im Umkreis von 10 Minuten, hatte ich locker fünf Leben weg leben. Ich wusste nur von dem Account, dass das länger aufgemacht hat, aber das mittlerweile auch nicht mehr. Ja. 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 anderen was du gerät mussten klatschen thank you for your support alles gut ich gehe morgen war nach dem jetzt nah bruder ich muss genzinschwinnen wirst du ich bin gerade das online gekommen vor zwei minuten lass dich doch bitte mal nach hause ankommen die hier weil ich will auch mal spielen oder ich hab noch gar keine würde ich gespielt nein wer war es nicht ich liebe es woher wir vom thema ab ich habe nicht mehr verstanden ich habe gesagt dass du die ganze zeit gemacht hast das ist die ganze Nein, Bruder! Ich hab mal gearbeitet, Bro? Doch, 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 doch. Ich hab zwei von dieser scheiß Tiefe, das himmlich. Bruder, du verstehst ja den Joke nicht, Digga. Ah, Bruder. Bist, Digga, mach doch einfach mit, Digga. Mach einfach mit. Er macht einen auf Ernst, Digga. Er hat das nicht verstanden, Lisi. Natürlich hab ich es nicht verstanden. Also ho. Guck mal jetzt. Er ist nicht so. Mensch, einen, den er wird gerade noch diskutiert. Du, Lisi. und also kommen wir an vorhin habe ein Klipper kam nicht funktioniert jetzt klipp das weil ich lache ey du bist doch ein Hund ohne Witze das ist nicht mehr halbe Stunde wir brauchen nicht mehr halbe Stunden dafür zumindest ich brauche länger als du trotzdem keine Buche in der Krippe und dann sind muss aber zu stellen doch vor allem nun mit dem den Menschen bei der Berge war ein guter Wort das ist ja unser Volk mit der Kombi du bist genauso scheiße Heilungsbonus ich will auch keine Clearwind-Heilungsbonus spielen genauso wie... spiel sie als Healer sie kann sich selber healen ich habe sogar mal Bendy als GPS gebaut ok, du bist ja auch komisch ist das wirklich so komisch? ja das sind die daunen alter alle kino mit full bound ist unsterblich ich krieg schon wieder Heilungsbonus das ist das Spiel für mich was ist das? ich habe ange-ange-elte Karte ne, das wäre die nice von mir auch na... äh dieses... ich habe Angst ich habe Angst ich habe Angst ich wurde angeschrieben von irgendjemandem der gemeinsamen Server-Wording-Waves ich habe Angst vor solchen Leuten hm ich antworte einfach mal und ihr kriegst eine Wave zurück das war der falsche... äh... nicht das wo ich drauf drücken wollte nicht das wo ich drauf drücken wollte nicht das wo ich drauf drücken wollte alter what the fuck boah full bound gewinnt let's go ich kann ihn hier austesten come on tschüss ich habe gar nichts mehr gecheckt es hat irgendwie funktioniert oh jetzt kriege ich noch irgendein anderes scheiß Set Junge mit Heilungsbonus was soll das? die hassen mich gerade, ne? ich konnte mir das ja ein Artefakt angucken so wie viel Damage ist das bitte? das sind ja übel viele Hits sie kriegen ja nicht mal einen Hits ab machen sie eben nicht sie macht mit jedem Hits habe ich gerade 10k gemacht mit deinem Bennett ja ich weiß nicht wie viele das waren ah geil oh ich habe ein nicht verwerfliches bekommen das könnte ich sogar für schulden holy shit es hat Angriff, Angriff, Elementarkote, Main-Set, Crit-Schaden das könnte richtig gut werden das könnte richtig gut werden oh ja ja Sand Sanduhr kann man nicht switchen, oder? oder Sand kann andere ne Feder kann man nicht switchen scheiße, Sand schon aber wait das gucke ich mir mal an es hat Crit-Rate, Crit-Schaden und Verteidigung wenn alles gut rollt auf auf was anderes und nicht auf gerade Verteidigung dann könnte es was werden soll ich es versuchen? was sagt ihr? und du es ich meine soll ich erst mal meinen Crit-Schaden Teil versuchen? ne komm guck mal das hier was ist mein aktuelles Angriff es hat nur eine Crit-Rate Verteidigung jetzt auch drauf es wäre nicht mein Minus also ich könnte es wirklich tryn come on ich mach es im Ende ist auch noch Crit-Schaden drauf und ich krieg als Sub Verteidigung bitte roll auf Crit-Schaden please Crit-Schaden Crit-Rate es wird auf Q-Trade let's go Crit-Schaden Crit-Schaden Verteidigung nein macht doch keine Faxen ich weiß nicht ob ich das tausche mit dem Doppel hier habe ich LP drauf ist auch nicht so krank richtig LP ach wann ich versuch mal dieses Teil das sieht richtig gut aus schieß mach keinen keinen Verteidigung please ich bitte dich keine Verteidigung please please ja ja aber keine Crit-Rate also bringt mir das schon wieder nichts seh ich gerade ich brauch doch ich könnte es drauf haben aber ne ne scheiß auf ich brauch Crit-Rate Crit-Rate ist mir lieber besonders wenn ich falls ich die Waffe wechseln sollte dann verliere ich nochmal 27 Crit-Rate na gut so schlimm wäre es auch nicht wie würde es aussehen wenn ich meine Wache verlieren würde dann hätte ich eine Crit-Rate von 54 mhm 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 Also umtauschen. Ich kann nichts umtauschen. Das Spiel macht mich verrückt. Ich weiß nicht, warum ich das spiele. Warum spiele ich eigentlich ein Spiel, was mir nur Pain gibt? Also wirklich nur Scheiße. Ich krieg nur Death die ganze Zeit. Auf jeden Fall eine Artifakte ist Death mindestens einmal drauf. Ziehungen laufen genauso scheiße. Wenn wir in Resin alle ist, kann ich kaum noch was machen. Außer erkunden oder irgendwelche Nebenfeste, die arsch langweilig sind. Das Spiel nimmt mich gar richtig auseinander. Okay, wir sind nicht langweilig. Alles gut. Aber einige. Ich habe nur noch 3 Tage Zeit. 5.000 XP zu sammeln. Sollte machbar sein. 5.000 XP zu sammeln. Sollte machbar sein. Allein durch die Verbrauchen. Ja, das sollte easy machbar sein. Ja gut, das mache ich noch. Objekte schmieden und 20 Gerichte zubereiten ist auch easy. Oh, falsch. 20 Gerichte ich mache aber gar nicht. Ich kann nicht nur 20 Gerichte sein. 1.000 XP ca. 1.000 XP zu sammeln. 2.000 XP zu sammeln. 2.000 XP zu sammeln. 1.000 XP zu sammeln. Wir gehen ja im Moment. Okay. Okay. Gut. Sobald die fertig sind, hole ich sie mehr ab. Dann passt es. Oh, dann lass doch was machen, was du jetzt machen wolltest. XP Bücher teile da, ne? Ja, ich bin bei allen. Na gut, du bist jetzt bei einem gegen hingegangen. Ich bin bei einem komplett anderen. Wo bist du jetzt? Okay, bei dem. Ich komme. Ich habe 200. War es Charlotte Wesson? Nein, sicher. Achso. Wesson habe ich um die 90. Und wie viel? Blaue? Blaue über 1.000. Hä? Nächste Character ist easy. Ich kann nicht starten. Ich kann nicht starten. Haben wir nur auf dich gewartet? Mann. 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 Ich habe das jetzt zwei Kassen gefahren. Wie viel XP hab ich eigentlich noch? 330, wow, ich hab einige verloren. Wie viel da hattest du am Anfang? Ich hab so um die 400 verloren. Man braucht doch um die 400, um einen Charakter aufzumachen. Hab ich auch. Der Null erscheint sich direkt. Äh... Wie viel brauchst du noch von den Legern? Möchte die jetzt erstmal noch machen, bis wir sind alle. Ich weiß nicht. Wie viel wird es denn? Von Benz kann ich nichts mehr machen, ich hab von Finn. Dann nützt du das doch. Oh, gute Idee. Warum hast du das nicht am Anfang gemacht? Das macht doch alles für einfacher. Weil ich diesen Anschlag nicht wirklich gar nicht verhauchte. Wann hättest du gar nicht einsammeln sollen? Nein. Äh. Oh. Es sche irrigiert die Leute, was du? Kannst du nicht auf das, was du? Die waren nur noch nötig. Also, einen den den Angriff. Ich bin so tief. Blüts ja auf das, was du ножst. because of du. Also, was du wirklich zu hoch? Ich bin so tief. Das ist das Ganze? Ja. Ja, das ist das für mich. die 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 das hat damals nicht eigentlich seit ich das war da muss die eingesammelt haben ne geht eigentlich auch wenn irgendjemand der der Welt herbeitritt die einsammelt und dann geht das irgendwann weg jetzt noch mal ne hab nur noch 17 Wörtern also bin ich erst mal fertig ne 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 ich auch jetzt wieder ab und würde das Spiel was ich heute noch nicht mal eine Sekunde gespielt habe definitiv dann müssen wir schauen ein das der mein klippokamm klippaut automatisch 10er-poolsingenten und der hat einfach mein pool geklippt wo ich mona verloren habe also ich bin mona verloren habe das ist so ein scheiß jungen er wollte dich immer an die niederlage erinnern seist du leise hast du lust mir die waffe zu holen eine von den beiden alle helfen oder die andere komm schon seist du ein ein sugar daddy sammeln pannflasche so so Das war's für mich. Das war's. Mensch, ich krieg einfach den Scheiß offen, nicht mit Quidrate. Wie traurig. Warum brauchst du den mit Quidrate? Für Gian. Gian? Ja. Ah, okay. Da hatte ich sogar Glück, ne? Ich hatte ihn, aber in Gila. Das hat mir aber nichts gebracht. 900 XP noch sammeln. Schöne Leben festzumachen. Man hätte es. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Du bist auch in der Welt schon noch. Du bist nicht in meiner Welt, nein. Ich habe das Cape Convert geschossen. Okay. Du bist voll mir noch gar nicht online. Gehebreit bis jetzt alle mit dem Treibhut. Da muss der Winter noch 30 sein. Und dann noch mal gut, wenn du dann mitbekommen. We? Auch den Winter noch 30? Ja. Ja. Ich bin noch am Anfang. Oh, ich bin. Ich hab's gemeint, der ist am Arbeiten. Selbstverständlich ist man nicht am Spielen, sondern macht sich mal was anderes. Das ist ja so zu ihm. Und ich spiele auch mal was anderes als Erwürdigen Raves, was ich schon die ganze Zeit mal spielen wollte. Ich war eher bezogen auf das Gespräch von gestern. Ich weiß. Und ich hab nen Job dazu gebracht. Ja. Oh my god! Hey, wo wir wieder voll gesprennt? Hm, nicht wirklich. Mir fehlen noch 8.550. Ich schließe die Perspektive irgendwie. Ah, das war ein... Erfolg. Oh my god! Liebe Grüße gehen an den Jason raus. Er geht halt nicht mit dem huhlen, Mann, Mann! Mann, Mann. Mann! Mann. 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 Meine Twitch-Kanal-Punkte, die ich immer bei Bevo sammle, weil ich die ganze Zeit am Mürken bin. Da kann man schöne Sounds abspielen lassen. Ich habe gerade eine sehr schöne Nachricht für Bevo hinterlassen. Er hat sich aber leider nicht vorgelesen. Schade. Ich habe doch vorgelesen. Nein, hast du nicht? Du hast nur geantwortet. Nein, scheiße, Astor, ich verpiss euch. Hallo, Mami. Hallo, äh, Miser-Mikau. Jetzt fressst du mich mit meinem Ingame-Namen und S-Namen zusammen? Lüisa-Luisa, Mami-Mikau. Ah, oh Gott. Okay. Nene, ich füße an die Stilzern. Lüisa. Nene, ich füße an die Stilzern. Ich füße an die Stilzern. Lüisa. Das tut mir sehr leid. Sollte es auch. Aber habe ich jemals hier irgendjemanden mit Namen angesprochen? Nein. Rebo. Echt? Wenn du über den Christen nennst, dann find ich Verdebe. Ja. Wenn ich mit Leuten über Leute rede, dann geht das. Aber wenn ich die Leute selber ansprechen soll, dann irgendwie nicht. Wieso? Ich mein Bedo, was? Albedo? Dein Namen würde ich jetzt für immer verfolgen. Bedo Schokolade bist du jetzt. Rebo existiert nicht mehr. Die Maske wurde abgenommen. Ich habe Alkohol getrunken, das darf ich im Stream nicht sagen. Oh. Okay. Aber du hast es jetzt gesagt. Trich weiß es immer. Trich hat über Augen. Ja gut. Sagen kann ich ja viel. Also ich darf das Wort Alkohol sagen. Ich darf es nur noch nicht zeigen. Wir haben heute jetzt lieber Alkohol hierher gespielt. Vielleicht wieder dann. Nico, hast du irgendwas vor, was wir machen können? Oder ich glaube du Boss? Gibt es noch sowas? Weißt du nicht? Nein. Ich darf es nicht machen. Ich darf es nicht machen. Ich darf es nicht machen. Also ich brauche auf jeden Fall den Jiren Boss. Den Yinem Boss. Wie? Wieso brauchst du den noch? Dann nochmal? Weil ich gleich Level 40 bin. Ah ja, für Yinem zu leveln. Ergotisch. Genau. Wenn ich ihn jetzt zweimal machen würde, wäre ich Level Up. Und ich hätte, glaube ich, voll Teile. Guck dir mal zwei. Blumen habe ich ja schon bei Mikronome, wenn ich gehen kann. Pilze. Genauso. Und gut. Dann machen wir zweimal Jiren und dann Level 40. Let's go. Ich hoffe ich kann upgraden. Ah ne. Ich muss ja S2L-Stufe hochgehen. Oh no. Ja. Du musst ja da eine Quest machen oder was genau? Ja ja, man muss diesen Dungeon machen. Das heißt, danach kann ich erstmal nur noch einen Mikros weggehen. Zumindest wenn ich den Mikros weggehen möchte. Da ist mich mal eh auf, falls wieder eingeholt wird. Das passt ja. Wir sind irgendwie immer auf dem gleichen Stand. Irgendwann ist einer zwei Tage voraus, dann ist der andere wieder voraus. Dann ist der andere. Ich glaube so wird das immer aussehen. Bis irgendeiner als erstes Maximale wäre recht. Was denkst du, wer für uns würde es sein? Oh, du Frage. Wenn ich mal wieder acht Stunden arbeite, habe ich nicht mehr so viel Zeit. Na gut. Ja. 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 Ich habe es nicht noch einen Alkoholstreifen. Ich bin schon mal auf. Aber es ist schon mal ein bisschen, das muss man ganz einfach ganz motivated. Ja. Ja. Ich bin schon mal auf. Aber es ist ein neuer Gensel. Ich kann jetzt das andere weg, aber das ist jetzt mein Niedrigstes Gebiet. mit 50 Prozent aber dann hat mir wieder ein hat er meine eigene an warum auch immer ich weiß nicht ob das so gewollt ist und hier ist man nicht wichtig für die 20 Prozent also bei mir und jetzt schnell mit kämpfen gegen den in den bei Kampfen bin ich immer gerne dabei dann lass ich dich die Arbeit machen ich gucke zu also wenn sie nicht sterben gehen geht dann gerne ich hab auch mit Serena reingehen können dann wird er wird erst im Karten die Garnsparte ich glaube schon an dich das verschafft aber du bist schon am Kämpfen Engel, das kinken hängen, das geht schon abschneiden gut und auch auf der Seite gut auf die Strecke gut dann über die Hälfte egal und etwas besser geworden von die 100 Prozent 2.000 das war er in der Kuh egal der mensch ist damit oder nicht ja auch nicht so jetzt noch einmal warte diesmal mache ich vollen support jetzt würde ich okay ist denn kalcharo genauso stark wenn er kann nicht hinwinden für die spielen mein kalcharo ist jetzt nicht viel sprecher weil er noch im flaschen zu bestätigt ist den musst du leveln meiner selber auch nicht level 60 aber ich habe ihn auch erst seit heute ich hatte ihn seit hohen ja enko hat über die priorität ich fühle kein klar wie viel mehr seine blumen und der boss kannst du mich trotzdem mal heal das wäre das ja ja ich habe ich auch nicht ja ja Ich sehe gerade Bevo voll am Webplats ausgeben, genauso wie jeder von uns heute. Die 20 Geschenken kam echt gut. Ja, definitiv. So viel Spaß. 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 Super Spaß. Oh 1300. Nice. Liegt doch gut. So wollt ihr den Moment zusehen wie ich jetzt level 40 werde? ich fühle mich dann ich fühle mich dann besser halt hier muss ich sagen man hat immer mal diese momente das wollte ich nicht aber das will nicht ein liebes givetum jetzt man sieht einfach gar nichts kann ich auch wenn ich kann nicht ich muss die scheiße machen im laden ich krieg noch mal zehn kristalle sagen dass das ist auch gerade alles schmack auf 50 kommt noch mal was ok 60 65 75 80 oder 50 stück wenn mehr als kämpfen muss man leider zu sagen 15 dinge warte ich möchte mal sehen dass der bock wieder da ist nein, weil du klatschst denn doch oder nicht ich meinte wegen Damage willkommen warte 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 Stimmt das, oder? Ja, schon wieder die Lahn. Ach, stimmt nicht, danach sind wir nicht gerade mal die Upgrade. jetzt kommt dann gibt es 80 Prozent ja und wenn du meiner Welt ist wir haben mit der Datenbank wieder auf dem Doppel-Doppel-Doppel-Bahn leider leider aber die haben es fährlich so jetzt noch für jeden in Form gehen auch den kann ich auch nur Sonnenform Scheiße das hat auch wieder die nicht kann die Stütze hochfahren und das auch wenn man macht die Blumen Blumen braucht es auch auf den Postkonten auf den Markt gebrauchen können wir immer machen Nein ein beteiligen und dort nach unten ist und hier ist irgendetwas das bin ich durchgezogen ab und wird auch sich gerade ist richtig gute er ist auf 1823 angriff wie zum fick hat er 1800 ist er ist der angriff weil den habe ich jetzt bekommen mein main echo ist auf angriff der hat angriff angriff und dann noch mal angriff oder bekannt ein 3er echo wegnehmen und dafür können wir noch mal reinpacken dafür dann 3 1 haben dann noch mehr angriff aus ich bin da oh mein gott ich stelle mir die frage wenn ich was teste warte ich guck mal das und das wäre krass wenn das jetzt hochstacken würde ich stelle schnell das mal Hey Bebo, schau mal, zumindest du. Guck mal. Ja. Schau mal, diese Puppe bleibt da, ne? Ja. Die bleibt einfach da. Jetzt pass mal auf, wenn sie die Eide macht, musst du mal gucken. Sie will einfach nicht. Machst du Eidu? Come on. Jetzt. Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Dann kommt das auch wieder. Das ist cool, ne? Hast du auch gesehen, Mikon? Ja. Ich muss sagen, die Haare sind echt cool aus. Ich hab's gesehen. Das war's für heute. Sie sehen irgendwie nicht aus, als würden wir in dieser Welt passen. Trenn wir unser Hintergrund an. Ja, das stimmt. Meine Enco hat jetzt 1100 Angriffe. 1100. 1100. Ja, 1100 ist noch recht wenig, ich weiß. Nö, das ist nicht schlecht. Meine Verena hat 1193. Und hat einfach mal 24,8% Crit Rate. Der Crit Rate von meiner Enco ist mega low. Aber dafür hat sie guten Crit Damage. Der soll ja auch low sein. Der Crit Rate. Ja, weil den brauchst du nämlich nicht. Von Encore. Ah ne, nicht von Encore, von Verena. Habt ihr nicht von Verena gesprochen? Hier schaut sie von Verena gesprochen. Was soll ich da gereden? Weiter über Verena. Ich hätte über Encore geredet. Was ein Koch-Guten-Trit Damage hat, aber keine Crit Rate. Was soll ich da geredet? Ah, deswegen Battle-Fast-Waffe benutzen. Also ich will niemanden zum Kauf anleiten. Chill. Aber wenn ihr das macht, dann lohnt es sich. Ich hoffe, ich habe ja nur einiges Mal in einem ganzen Leben überhaupt irgendwo Battle-Fact gesetzt. Aber das Niemium riecht. Aber das Niemium riecht. Ich zeig. Ich bin gerade der Bevel-Fant hier auch gegen ihn. ich denke ich brauche rein kommen können und natürlich scheiße ok ich hab's gemacht so und den Weg das muss noch er hat nur noch wird davon und immer noch alles 20 von diesem die Ich glaube, er kann auch verblendet werden, wenn er alles auskommt. Ich glaube nicht. Ich bin bei 4600 momentan. Das heißt, du brauchst dann noch 5400? Ja. Okay, ich bin gestorben. Und ich kann noch 7x einsetzen. Also ich denke, ich werde knapp bei 8000 aufhören. Ich werde es dann höchstwahrscheinlich morgen erreichen. Ja. Ja, ich mache nur Affe, dann wieder den Donnerheini, Affe, den Donnerheini. Okay. Ich bin immer noch da drüben. 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 Ich habe ihn mit Pautilier bekommen. Dafür habe ich diesen Affen mit Kidrate bekommen. Wozu brauche ich diesen Affen? Ich bin immer noch da drüben. 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 Ich hab's jetzt nicht mal untergebaut, ich hab's dann doch recht. Entfer macht mega viel Spaß zu bauen. Nein, der hat mich erwischt. Nein, klar. Der Fug zu Donner, die müssen spielen, da ist Baba. Gelb, 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 gelb. Ja, gelb. Und jetzt Angriff-Krit, Angriff-Krit. Ich brauch einen fucking Angriff-Krit, ach gut. Oh, es ist ein Angriff-Krit. Oh, ich bin gerade in einem Kampf, weil du mich hier alleine gelassen hast. Also so auf Haar stehen sollst du. Aber ich weiß jetzt gar nicht gucken. Nochmal. So, ready? Jo. Ja. Ich bin noch mitten in diesem Kampf. Das hättest du mir sagen können. Ich hab doch gesagt. Du hast gesagt, dass du mitten in dem Kampf bist. Aber nicht ich. Ja, und ich hab mich nicht wachschildesprachiert. So. Wo waren wir? Hier. Kalt-Caro. Nein, 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 nein. Komm, bitte. Oh mein Gott. Uiuiuiuiui. Das ist ja richtig scheiße. Ich glaub, der wird ausgetauscht. Ich glaub, ich mach den hier rein. Ich glaub, ich mach den hier rein. Ich glaub, du kommst rein. Ich glaub, du kommst rein. Oh mein Gott, du hast ja auch eine Ding aus Minecraft. Komm. Oh. Oh. Oh, das sieht besser aus. Oh. Oh, oh. Der Besser ist nur 20. Oh, ich weiß. Der ist ja nicht geplant. Da sind alle Scheiße in der Rolle zurück. Der Besser ist ja nicht so ... Oh, das ist ja nicht so. Oh, aber jetzt ja nicht so ... Was ist denn da? Was ist denn da? Oh, den Bischbekommen hat. Taugt dir was? Quatsch. Die Lapp ist fertig. Brauche ich noch. Was brauchst du noch? Brauchst du noch was? Bist du fertig? Mhm. Alright. Ich tue jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Okay. Oh, geil. Ich hab ihn mit Quidrate bekommen. Dann gute Nacht. Wie gesagt. Wie gesagt. Warte mal. Gute Nacht. Ähm. Das wäre eigentlich sehr gut, weil... Oh, fucking. Das wird ja richtig heftig. Weil, wenn ich stehe... Ich mach da mal jetzt die Quest. Let's go. Oh. Ich hab immer noch nicht das Tutorial fertig in Verlering Waves. Aber ich bin... Schon... Mehr als das Tutorial, glaub ich... Eigentlich... Erfahren. Guck mal, gib mir jetzt gute Werte. Gib mir gute Werte. Ähm. Und was gibt der dir? Äh. Gab mir... LP. Angriff. Energie. Kannst du einmal... Du kannst nur einmal. Schmeiß es nicht weg. Vielleicht kriegst du noch Quidrate. Ne, ne. Ich behalte den, weil... Jetzt ist meine... Quidrate auf 62,5. Oh ja. Ist es. Ja, ja. Katschao, du machst es schlank. Ja. Ich weiß nicht, ob jeden... Quidrate an jeden der Teamkameraden gibt. Falls ja, dann wär das richtig... Stark. Ich hab leider noch nicht zu viel... Mich mit jedem beschäftigt. Nein. Aber das nennen die Schüttung. Bin ich ernst? Nein. Das war den ihre Prüfung? Wow. Die war ja super easy. Oh yes. Die hat sich irgendwie mal schwerer angefühlt. Ja, die war auch schwer. Die war richtig schwer. Na, Bibo. Arta! Was ist das? Was ist das? Da ist die Dachatik. Was ist das? Was ist das? Wer ist das? Die Dachatik. Die Dachatik. Naja. Das war's für heute. Oh, okay, mein Tigran. Knapp 1600 Schaden. 1600. Ja. 221er Crit Rate und 58 Crit Damage. Aber ich krieg es sogar noch höher. Ja, doch nicht. Ich muss jetzt Rang 5 sein. Aber ich krieg hier nochmal, wenn Jians Angriffe ein Ziel treffen, wird Jians Crit Schade um 12% erhöht. Was ist das? BAM! 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 Amen. Aber jetzt Echo Swarm wird easy. 80% ich glaube, das sollte sehr einseitig werden. Ne, was mache ich? Ich habe schon gesagt, Bevo, im Shop die Dinger holen. Ich glaube, du hast noch wieder Kreden. Du kannst dir da noch mal welche holen. Echo und Kredteile. Okay, mein Dinger macht 18k damage. Okay. Mit seinen Affen. 3k damage, wenn Kredteile trifft. Oh, jetzt bin ich der. Ist mir sehr fasziniert gewesen. Oh, ich krieg 3. Ich krieg 3 von diesen Teilen. Das ist ja mies gut. Aber ich habe es noch geschafft, an den T7 rauskommt, Level 40 zu werden. Die Hälfte ist schon vorbei mit dem Leveln. Die nächste Hälfte wird fast 10-fache davon dauern. Aber ich kann. Ich kann. Ich kann. Ich kann. Ich kann. wenn wir noch zum letzten Mal den Hüfer rüfen. Ich war doch schon endlich auf die Kontrolle umzuschätzen. Was die auch noch machen in 1-1 das Spielmapping ne? Ok Guck dir mal diesen Hit an Oh mein Gott, das hat der mich verschreckt Das habe ich noch nie gesehen Ok, egal Zack Zack Ok, das hat er nicht so viel damit gemacht Wo? Ich glaube, er hätte sogar... Er müsste mich weit mithetten So dann Sind wir fertig für heute Sind wir bei 7750 Also easy Spiel für morgen Ich krieg ja schon alleine für die Daily 2000 Da noch meine Platten ausgebe Da bin ich egal wie Stufe 40 Ja, ich bekomme 3 Wie geil ist das denn? Ja, ich bekomme 3 Wie geil ist das denn? Ich hoffe, ich habe das Wolle Ich hoffe, ich habe das 47 Star Pity. Okay. Ein bisschen fehlt noch. Jupp. Das reicht sowieso noch mit der Map entdeckern. Ich habe noch genug Quisten zu öffnen. Eventuell kommt vielleicht ja noch das ein oder andere Event. Da kommt noch auf jeden Fall auf uns was zu. Und ich bekomme nur Golden Echoes. Ich liebe es. Wolken schnell. Ich verbrücke nochmal die Nasse, wenn er schon da ist. Oha, ich habe ihn nochmal Geld bekommen. Und wie ist der? Wieder so eine pure Angriffmaschine. Gut, der eine, der bringt mir ja getischen nichts. Weil das ist, jetzt sehe ich gerade, das ist ein Crit Chart. Und ich brauche Crit Rate Offer. Das ist ein Critisch. Und ich... Das ist eine Verarsche. Das gibt es doch nicht. Jetzt fehlen mir wirklich 150 Erfahrungspunkte für Stufe 25 von meinem Donalda Memphis. Baaam. Das kann nicht sein. Das ist belastet. Hast du das von den Scheidi gefunden? Wer? Unten. Ah, da. Ja. Noll. Ja, der sind sich ja fast ähnlich. Ja. Der eine ist schwarz und der andere ist blau. Dann kommt der Unterschied. Sie ist an den Flügeln. Der ist heller. Und auch der Kopf ist heller Ja, klar, aber man sieht kaum Es ist wirklich minimal Man sieht schon Unterschiede, aber kaum Es ist irgendwie nichts Besonderes Ne Die Schildkröte, die ist besonders Die ist weiß Ja, die sieht man instant, ja Ja gut, du hast manche Pokémon, bei denen siehst du es überhaupt nicht Okay Zum Beispiel Gengar Gengar ist ein leichter Ton heller So, für heute reicht es Das komme ich morgen nicht auf Wird morgen weitergezockt Ich hatte mir die Story zwar etwas länger gewünscht Es ging zu schnell Ganz, ganz okay Also ich habe, keine Ahnung Drei Stunden an der Story gesessen Ich habe die komplett genossen Und da siehst du die Karte von Die Freundschaftskarte von Gengar Gengling Nein Hast du was Ja, die hat man schon vorhin gesehen, die Karte Ich würde sagen, die vom Mottofall sieht richtig schön aus Der Rote Drache Ja Man, ich muss meine Ekos aufleveln Ich weiß noch nicht wie Aber ich freue mich, wenn wir Gian auf Stufe 10 haben Weil die Karte finde ich richtig geil Die Queen-Lung-Karte Ja, wenn wir Stufe 40 haben Können wir schon auf die nächste 15 Pool Hasseln Warum? 45 kommt wieder was? Ja, ja, 45 kriegst du ja Ah nein, du kriegst keine Pools bei 45 Du kriegst die Kiste Stimmt, eine 3-5-7 Oh mein Gott, das wird richtig gut für meinen Rover Ich wollte nämlich ein Quidrage-Wert noch haben Ein kleines Ja, du kriegst die Kiste und du kriegst 1.000 vom DNS dort Was auch geil ist, weil das sind Wie viele Pools sind das? 160 Halber 10 da ungefähr Ja Ein mehr, ich glaube 6 müssten es sein Kann man sie spinnen Ja Genshin würde uns 60 Kristalle geben Wenn es gut geht Das ist leider wirklich richtig sad Muss man sagen Genshin ist wenig Genshin, sie sind sowas von Geiern, die wollen einfach nichts gönnen Ah, ich habe das hier schon auf 100% Und was habe ich da Was fehlt mir denn noch für da die 100%-Werre Oh, nur eine Sache Schließe eure Quest von Weltrettung Rettung der Katzen ab Ah, das sind die Dailies Kannst du irgendwie nicht machen, ne? Das sind die Dailies Du hast ja manchmal diese Missionen Wo du die Katzen ja auch benennen musst Nee, das hatte ich noch nicht Noch nicht? Ich hatte schon drei von denen Wie zögert man die denn? Das sind Dailies Muss man vorher vielleicht irgendeinen Quest Abgeschossen haben? Ähm, es gibt eine Nebenquest Mit der Katze Wo man die vom Baum oder so retten muss Ja Und dann kommt die dann so als Daily Aber ich hatte sie schon dreimal Und es gibt vier Namen Also müsste ich sie nur noch einmal machen Dann hätte ich das, äh Die Reise auf 100% Bei den Achievements Ja, ich will sie auch haben Aber, ja, die Festfug mehr halt auch Was sind deine anderen Sachen? Ich habe Erkundung 68% Kämpfe 53% Stimmen habe ich auf 79% Und das war's Okay, ähm Ja, bei Kämpfen bist du 5% mehr Und bei Stimmen bist du 3% mehr Und bei der Erkundung bin ich noch etwas hinter drin Also ich bin auch, äh, also 79, 69 Jetzt habe ich 68 erkunden, ne? Wie viel hattest du noch mal? Du wirst noch mehr, ne? Äh, also bei den, ähm, erfolgen Erkunden habe ich, äh, was soll Äh, erkundet habe ich 72 Was wahrscheinlich das ganz unten mehr als ich, ne? Nee, du hast irgendwann einen Lungen am meisten Oh, okay Das sind wahrscheinlich Nebenquests sehe ich gerade Ja, das sind die Nebenquests Okay, habe ich schon nicht zu viel gemacht Und da fehlt mir auch nur eine Äh, schließe geheime Untersuchung ab Dann habe ich das Ich mache jetzt das Troll fertig, weil das nervt mich, dass es die ganze Zeit angezeigt wird Oh, geil, wenn ich die mache, kriege ich eine neue Visitekarte Hof der Wildnis, das sind die Tiere, äh, Killer Müsste ich eigentlich alle auch haben Äh, nicht ganz, also, äh, da muss ich Für den ersten Stern Fangout 300 Fische Nee, das ist der Zweite Ja, Zweite, Zweite Ja, stimmt Oh, hier muss ich noch ein paar Fische fangen Das sieht scheiße aus Ja Äh, Geflügel geht noch 81 Geflügel Oh, das habe ich fast fertig Escher Jagd 46 50 Verwende den Trank 20 Mal Wow, kriege ich dann Noch dreimal einsetzen, dann kriege ich einen Stern Verzehr 20 Mal Gerichte Wow, ich muss mich dran gewöhnen, meine Gerichte mal zu benutzen Ja, okay, das andere wird ewig steuernd, äh, Kochstufe 5 und Synthese Stufe 5 erreichen Was ist das für eine Zahl, äh, 115 Schollkassette Ja, so viele sind bei mir auch nicht mehr, es sind knappe 18 Stück, die ich noch suchen muss Schieße stille Geschichte ab Fordere alle Tracer Felder in Jinsu heraus Öffne 200 Vorwärts Truhen in Jinsu Ja, sowieso, nachdem ich die Map entdeckt habe, werde ich mich drum kümmern Die Erfolge fertig zu machen Ja, mach ich auch Also, wo ich noch sehr aktiv, äh, Genshin gespielt habe, ich war stets auf 100% Und auch jetzt kann ich mich mit meinem Buch zeigen von den Truff, äh, Achievements bei Genshin Weil selbst andere Spieler, die haben nicht mehr annähernd so viele Punkte Viele machen die auch gar nicht mehr Aber gut, in Genshin gibt es auch viele, die richtig dreckig sind Und das? Wie? Wie?